Es versprach, ein ruhiger Abend zu werden. Eine kleine Sportbar, ein gutes Spiel auf dem Bildschirm und ein Teller mit scharfen Hähnchenflügeln. Ich wollte es mir gemütlich machen, bis sie auftauchte. Ich wusste nicht sofort, wen ich da vor mir hatte. Sie stand an einem dieser hohen Tische, lehnte locker an der Theke und aß Hähnchenflügel. Aber als ich sie mir genauer ansah, erkannte ich sie sofort wieder, das feuerrote Haar, die attraktive Figur und der vertraute Blick, der mich einst verrückt gemacht hatte. Es war Ripley. Ripley war meine Frau gewesen. Das war einmal. Fünf Jahre Ehe waren in einer Explosion geendet, deren Nachhall ich immer noch spüren konnte. Sie war unglaublich schön, gerissen, gefährlich, und jetzt, da ich sie wieder sah, läutete in meinem Kopf eine Alarmglocke. Ich hoffte, dass sie mich nicht bemerken würde. Aber natürlich tat sie es. Sie saß an einem dieser Stehtische, als ich sie sah, und aß Hot Wings. Ich hatte gerade meinen Stuhl an einem Einzelplatz herausgezogen. Es gab nur drei Einzelplätze im Lokal. Die meisten Tische waren vierer, und drei davon waren Stehtische. Sie war allein, und meine Augen glitten über sie hinweg, ohne überhaupt zu registrieren, was ich sah. Dann schaute ich noch einmal hin. Sie war wunderschön. Sie hatte langes rotes Haar, in diesem flammenden Orange, das man manchmal sieht. Sie trug einen engen Rock und ein Top, das all ihre Vorzüge zur Geltung brachte. Und sie hatte viele Vorzüge. Ein Loser kam herüber und versuchte, ein Gespräch mit ihr anzufangen. Ich sah, wie sie ihn abblitzen ließ. Sie war umwerfend. Sie war auch tödlich und trügerisch. Und sie würde einem das Herz brechen. Ich wusste das, weil ich fünf Jahre lang mit ihr verheiratet gewesen war. Sie hieß Ripley, arbeitete für einen großen Radiosender als deren Starattraktion. Und ich hoffte, dass sie mich nicht sehen würde. Ich bestellte meine Pizza. Tisella hatte einen Holzofen-Pizzaofen. Und sie machten auch gute Hot Wings. Ich bestellte einen Korb mit den Wings und ein gutes dunkles Bier und genoss sie, während ich die Rosobags auf einem der großen Bildschirme beim Basketballspielen beobachtete. Ich spürte Gefahr und als ich mich umsah, war sie da. Hallo Kane, sagte sie. Was dagegen, wenn ich mich da so setze? Ihre Stimme war genauso, wie ich sie in Erinnerung hatte. Tief und heiser. Es gab guten Whisky, eine dominikanische Zigarre und Nut King Coal aus der Stereoanlage. Ja, irgendwie schon, Ripley, sagte ich. Ich versuche hier, ein gutes Essen zu genießen. Pech gehabt, sagte sie. Wie lange ist es her? Drei Jahre. Wie oft habe ich versucht, dich anzurufen? Wie oft bin ich bei dir zu Hause aufgetaucht, habe in deinem Büro campiert, versucht, mit dir zu reden? Viel zu oft, sagte ich ihr. Ich habe dir nichts zu sagen, Ripley. Warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Wenn du dich hier hinsetzt, gehe ich. Die Rechnung kannst du dann selbst bezahlen. Sie warf den Kopf in den Nacken und lachte. Es war ein tiefes, aufregendes Geräusch, das mich früher wie nichts anderes im Universum durchgeschüttelt hätte. Jetzt machte es mich nur noch traurig. Das macht mir nichts aus, sagte sie. Ich glaube, meine Kreditkarte hält das aus. Das konnte sie auch. Sie verdiente wahrscheinlich mehr als ich. Du bist nicht dumm. Du weißt, dass ich nichts mit dir zu tun haben will. Was willst du, Ripley? Fragte ich sie. Ich möchte mit dir reden, herausfinden, wie es dir geht, dir erzählen, was ich vorhabe, fragen, wie es Kelly und Sam geht, wie Atlas sich macht und dir ein paar Dinge erzählen. Was würde das schaden? Bin ich so hässlich, dass du meinen Anblick nicht ertragen kannst? Bist du immer noch so wütend auf mich? Hast du mich immer noch so sehr? Warum? Fragte ich. Warum scherst du dich um Mom und Dad oder meinen Hund? Mich interessiert nicht, was du tust. Wir sind keine Freunde, Ripley. Ich bin sicher, dass dich mein Leben nicht interessiert und ich bin verdammt sicher, dass ich nichts von dem hören will, was du zu sagen hast. Lass mich in Ruhe, Ripley. Oder ich sage dem Manager, dass du mich stalkst. Sie legte den Kopf schief und hopp eine Augenbraue. Eine Geste, die ich nur zu gut kannte. Sie seufzte. Okay, kein. Wie du willst. Ich schätze, ich muss die schweren Geschütze auffahren. Nicht bewegen. Sie ging zurück zu ihrem Tisch und ich sah, wie sie ihr Handy aus ihrer Handtasche holte. Sie nahm die Handtasche und ging zur Toilette. Ich hatte keine Ahnung, was die großen Geschütze waren und absolut kein Interesse daran, es herauszufinden. Meine Pizza kam und ich sagte dem Mann, er solle sie in eine Schachtel packen. Ich würde gehen. Ich folgte ihm zur Theke, bezahlte und ging. Jesus. Ein weiterer Abend, der zum Teufel ging. Ich ging nach Hause und aß meine Pizza am Pool. Ich legte Rebbersoul auf und holte ein paar Bier, die ich mit etwas Eis in den Kühlschrank warf. Ich genoss die Pizza in vollen Zügen, lehnte mich im Liegestuhl zurück und hörte den Beatles zu, als ich hörte, wie sich das Tor schloss. Ich habe einen Sichtschutzzaun aus Holz und das Tor hat eine Feder, um sicherzustellen, dass Atlas nicht herauskommt. Ich öffnete die Augen und stöhnte. Sie war's. Was zum Teufel war mit dieser Frau los? Natürlich wusste sie, wo ich wohnte. Sie behielt das im Auge. Dann wurde mir etwas klar. Sie war nicht allein. Hinter ihr war ein kleiner Schatten. Sie hatte einen etwa 30 Zentimeters langen, lockigen, schwarzen Schopf, helle Haut wie bei Ripley, sehr blaue Augen und war das schönste kleine Mädchen, das ich je gesehen hatte. Sie schien sehr, sehr schüchtern zu sein. Sie versuchte es zu vermeiden, dass ich sie direkt ansah, indem sie sich hinter Ripley versteckte. Als Ripley vor mir stehen blieb, ging der kleine Schatten auf die andere Seite und hielt ihre Hand. Ripley kniete sich neben mich und führte den kleinen Schatten sanft nach vorne, damit ich sie sehen konnte. Ihre Augen waren auf den Boden gerichtet und Ripley hob langsam ihr Kinn mit einem Finger an, sodass sich unsere Blicke trafen. Keine. Ich möchte dir McKenna vorstellen, sagte sie. McKenna. Das ist kein. Ich wusste wirklich nicht, was ich sagen sollte. Also streckte ich meine Hand aus. Was für ein Idiot. Kleine Mädchen geben sich nicht die Hand. Dieses schon. Sie legte ihre winzige, kleine, pummelige Hand in meine. Ich konnte die Grübchen auf ihren Handknöcheln sehen. Hallo. Kein. Sagte sie. Hallo. McKenna. Sagte sie. Kenial. Oder. Ich wusste noch nie, was ich Kindern sagen sollte. Die meisten Gesprächsthemen, die man mit Erwachsenen hat, sind einfach tabu. Und wo arbeitest du? Fragte ich sie. Sie kicherte. Das war es wert, dafür zu sterben. Ich wollte, dass sie es noch einmal tat. Ich arbeite nicht, Dummerchen. Sagte sie. Sie hatte die süßeste kleine Stimme, die man sich vorstellen kann. Sie war tief und irgendwie hauchig, nur ein bisschen heiser. Ich dachte, dass sie als erwachsene Ripley sehr ähnlich klingen würde. Ich bin zu klein, um zu arbeiten. Wie alt bist du? Fragte ich. Sie hielt drei ihrer perfekten kleinen Finger hoch. Drei was? Sagte ich. Wow, das ist ein perfektes Alter. Du bist ein sehr hübsches, kleines Mädchen. Weißt du das? Sie blinzelte mit diesen unglaublich großen blauen Augen. Ja, das weiß ich. Sagte sie. Wir lachten beide. Ich schaute zu Ripley auf. Sie beobachtete uns mit einem seltsamen Gesichtsausdruck. Das ist die große Kanone. Sagte sie. Was zum Teufel? Wovon redest du, Ripley? Fragte ich. Schau sie dir an. Sagte sie. Sieh sie dir an. Ich schaute sie mir an. Sie war wunderschön. Ich hatte immer noch keine Ahnung. Wovon Ripley sprach. Sie sprach. Kane, kann ich in deinem Pool schwimmen gehen? Ähm. Ähm. Klar. McKenna. Sagte ich. Jetzt gleich. Sie nickte. Dein Kleid würde nass werden. Schatz. Sagte Ripley. Soll ich es ausziehen? Schlug McKenna hoffnungsvoll vor. Ripley warf mir einen Blick zu. Was soll's? Ich zuckte mit den Schultern. Okay. Schatz. Sagte sie. Ich bleibe einfach hier. Und rede mit Kane. Mist. Jetzt steckte ich in der Klemme. McKenna. Siehst du die schwarze Drei, die auf die Seite des Pools gemalt ist? Fragte ich. Sie schaute hin. Was ist eine Drei? Fragte sie. Ich nahm eine dieser pummeligen kleinen Hände und zeichnete die Zahl in die Handfläche. So sieht sie aus. Sie nickte. Ich sehe sie. Geh nicht weiter, sagte ich. Okay. Sagte sie. Okay. Sagte sie. Warum? Ähm. Weiter als bis dorthin. Ist es zu tief für dich? Sagte ich zu ihr. Sie nickte erneut. Zog ihre Schuhe aus. Streifte ihr kleines weißes Kleid über den Kopf. Und reichte es Ripley. Halt das, Mama. Sagte sie. Sie rannte kichernd in ihrem Höschen zu den Stufen und planchte innerhalb von Sekunden im Wasser herum. Ich war wie erstarrt. Sie hatte Ripley, Mama genannt. Als ich wieder klar denken konnte, ließ Ripley sich auf die Liege neben mir sinken. Ein Bier in der einen und ein Stück Pizza in der anderen Hand. Was zum Teufel machst du da? Fragte ich. Magst du sie? Fragte sie. Sie ist wunderschön. Nicht wahr? Und sehr süß. Ich weiß, dass du sie lieben wirst, Kane. Ich stotterte eine Minute lang. Ja. Sie ist wunderschön. Mama. Sie gehört dir, Ripley. Wann ist das passiert? Nun? Vor drei Jahren natürlich. Lachte sie. Ja, sie gehört mir, Kane. Sie kann auch dir gehören, wenn du Interesse hast. Mein Gehirn war sehr dumm. Was soll das heißen? Was ist hier los? Ripley. Warum hast du sie hierher gebracht? Warum bist du hier? Du hast mich verlassen. Erinnerst du dich? Du musstest dich selbst finden. Warum kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Sie lachte erneut. Was davon soll ich zuerst beantworten? Wie wäre es damit, ich habe sie hergebracht, damit sie ihren Vater kennenlernen kann? Ich versuche das seit drei Jahren, aber du bist zu feige, um dich mir zu stellen, damit ich dich vorstellen kann. Wenn du nicht im Keller weggerannt wärst, hättest du gesehen, wie Kelly sie abgesetzt hat. Ich geriet in Panik. Ihr Vater. Ich bin Kane. Was zum Teufel, Ripley. Ich bin kein Feigling. Können Sie sich nicht endlich in den Kopf setzen, dass ich nicht in Ihrer Nähe sein will? Ich denke, es ist Zeit für Sie zu gehen. Ich gehe nicht, sagte sie. Du musst die Polizei rufen, um mich loszuwerden. Willst du sie wirklich loswerden? Sie nickte in Richtung des Pools. Du bist ihr Vater, Kane. Sieh sie dir an. Kannst du es nicht fühlen? Diese kleine, nasse Schönheit hatte ein paar Spielzeuge für den Pool gefunden und spielte fröhlich damit. Ich hole ihr besser ein paar Handtücher, sagte ich. Ich hatte einen riesigen Kloß im Hals und spürte, wie ich die Kontrolle verlor, die ich so dringend um Ripley herum brauchte. Ich stand auf, ging hinein und holte ein paar große, flauschige Handtücher. Atlas musterte mich schläfrig, rappelte sich auf und trottete mir hinterher. Er sah Ripley und sein Stummelschwanz begann wild zu wedeln. Dann entdeckte er Makana und begann, am ganzen Körper zu wackeln. Er trottete zu Ripley und sie warf ihre Arme um ihn. Da ist ja Mamis großer Kerl, säuselte sie. Er leckte ihr das Gesicht, wobei seine riesige rosa Zunge es fast bedeckte. Sie sah zu mir auf, ein wenig saber hing ihr am Kinn und lachte. Ist eines dieser Handtücher für mich? Ich musste unwillkürlich kichern. Alle Doggen sabbern. Die Neapolitaner sabbern mehr als die meisten anderen. Atlas ist ein 160 Pfund schwerer neapolitanischer Doggenrüde. Ich habe ihn als Welpen bekommen, als Ripley und ich noch verheiratet waren. Ja, gurte sie ihn an. Mami liebt dich. Sie hat dich sehr vermisst. Das verdarb mir die Stimmung. Ich schien mich daran zu erinnern, dass sie diejenige gewesen war, die gegangen war. Wenn sie ihn so sehr vermisst hatte, kannte sie das Heilmittel. Makana sah ihn und schrie vor Freude. Sie kam die Pultreppe hinaufgespritzt und ich wickelte sie in eines der Handtücher. Ist das Atlas? Fragte sie. Mama hat mir von ihm erzählt. Darf ich ihn streicheln? Ja, das würde ihm gefallen, sagte ich. Sie lief auf zehn Spitzen zu ihm und ihrer Mutter und warf ihre Arme um seinen Hals. Er keuchte vor Freude und die lose, faltige Haut wackelte vor Anstrengung. Sie sah zu ihrer Mutter auf. Ich will ihn, Mama, sagte sie. Ripley sah mich an und zog eine Augenbraue hoch. Sie trocknete Makana ab, zog ihr das Kleid über den Kopf und sah zu, wie sie davon huschte und Atlas den Ball zuwarf, damit er ihm hinterherjagen konnte. Ich glaube dir nicht, sagte ich zu ihr. Ja, ich weiß, sagte sie. Ich werde einen Beweis bekommen. Ich werde einen DNA-Test machen lassen. Ich war dir nie untreu, kein, das weißt du. Das wusste ich überhaupt nicht, aber das war egal. Ich muss diesen Beweis sehen, sagte ich zu ihr. Ihre Unterlippe schob sich schmollend vor. Es war bezaubernd und man wollte sie küssen und an dieser geschwollen Lippe saugen. Bis sie einem das Herz gebrochen hat, das heißt. Ich dachte mir, dass du das sagen würdest. Du musst kooperieren. Ich brauche einen Wangenabstrich. Ich hätte es schon vor langer Zeit getan, wenn du nicht jedes Mal weggerannt wärst, wenn ich versucht habe, mit dir zu reden. Ich hatte schon die Hoffnung verloren, dass ich dir über den Weg laufen würde. Du hast dich ziemlich gut versteckt. Ripley, du hast mich verlassen, erinnerst du dich, sagte ich. Du warst nicht glücklich. Das hast du mir gesagt. Wir haben zu jung geheiratet. Da draußen wartete das ganze Leben auf dich und du wolltest es erkunden. Das hast du gesagt und das hast du getan. Du hast mir das Herz herausgerissen. Ich habe dich mit allem, was ich hatte, geliebt. Das war dir nicht genug. Du wolltest mehr. Ich weiß nicht, was zum Teufel du wolltest. Ich weiß nur, dass du ausgezogen bist, deinen fröhlichen Weg gegangen bist, auf Entdeckungsreise oder was auch immer. Schön, du hattest jedes Recht, zu tun, was auch immer du zum Teufel wolltest. Es ist drei Jahre her. Warum bist du hier? Erzähl mir keinen Scheiß. Kein, habe ich mich von dir scheiden lassen, fragte sie. Nein, du hast mich einfach verlassen, sagte ich. Das stimmt, sagte sie. Du hast dich von mir scheiden lassen, nicht umgekehrt. Das Nichts, sagte sie. Warum gehst du davon aus, dass ich nicht genau das meine, was ich sage? Kein. Nun, da war die Tatsache, dass ich dich im White Reno mit The Big Dog gesehen habe, sagte ich. Er hat dunkles Haar und blaue Augen, oder nicht? Du Mistkerl. Spie sie es mir praktisch vor. Du auch. Charles ist ein Kollege. Wir waren dort für eine Live-Show. Und er ist der größte Idiot auf dem Planeten. Was? Dachtest du? Ich würde jemals freiwillig irgendwo mit ihm zusammen sein. Für mich sah es so aus, als hättest du eine gute Zeit gehabt, sagte ich. Ich bin eine Künstlerin, knurrte sie. Das war die Ripley, an die ich mich erinnerte. Das, also, wie läuft die Suche, fragte ich. Hast du dich selbst gefunden? Mein Gott, manchmal kannst du wirklich ein Arschloch sein, Kein. Sie holte tief Luft. Ich bin nicht hierher gekommen, um mit dir zu streiten. Im Gegenteil. Ich muss dir ein paar Dinge erklären. Ich will es nicht hören, sagte ich. Das ist aber schade, erwiderte sie. Du hast eine Tochter, Kein. Ich bin ihre Mutter. Sie ist unsere Tochter. Und du musst mir zuhören. Sie braucht ihren Vater in ihrem Leben. Vielleicht wäre der Big Dog daran interessiert, deine Geschichte zu hören, sagte ich. Sie seufzte. Kein. Es gibt ein paar Dinge, die du wissen solltest. Ich hatte nie vor, dass es so kommt, wie es gekommen ist. Ich hatte nie vor, dir so weh zu tun. Ich war 24 Jahre alt, um Himmels Willen. Wir haben geheiratet, als wir 19 waren. Ich hatte das Gefühl zu ersticken. Ich hab dich nicht verlassen. Ich brauchte nur eine Weile etwas Freiraum. Ich hab versucht, es dir zu erklären. Aber ich fürchte, das ist mir nicht besonders gut gelungen. Du bist total ausgeflippt und hast dich scheiden lassen. Du bist nach Alaska gezogen, um Himmels Willen. Alaska, Kein, wirklich. Ist das der Ort, von dem du dachtest, dass er die größte Entfernung zu mir wäre? Ja, das war's tatsächlich, sagte ich. Du bist ausgezogen, hast mich verlassen. Wir hatten darüber gesprochen, eine Familie zu gründen. Und dann, in einem Monat, ging alles den Bach runter. Du bist gegangen, deine Entscheidung. Ja, ich bin ausgezogen, sagte sie. Ich hatte Angst. Ich verlor mich selbst. Der Gedanke, ein Baby zu bekommen, machte mir eine Höllenangst. Ich geriet einfach in Panik. Ich weiß, dass sich das für dich wie ein Haufen Scheiße anhört. Für mich auch, jetzt wo ich kein dummes, unreife Baby mehr bin. Ich hatte das Gefühl, dass es kein Ich gab, sondern nur uns. Und ich hatte das Gefühl, meine Identität zu verlieren. Ich geriet in Panik und wurde dumm. Okay. Ich wollte dich nie wirklich verlassen. Ich wollte nur ein wenig Freiraum, ein wenig Zeit, um herauszufinden, wer Ripley wirklich war und worum es bei ihr ging. Ich dachte, ich würde dich jede Woche sehen, mit dir schlafen, dass es so wäre wie damals, als wir zusammen waren. Ich hab dich nicht verlassen, Cain. Ich wollte keinen anderen Mann. Ich wollte, dass wir exklusiv bleiben. Aber du warst zu beschäftigt damit, mich anzuschreien, um das zu verstehen. Ich wollte mich nur als eigenständige Person etablieren. Ich dachte, es würde ein paar Monate dauern und ich würde wieder einziehen. Ich hab dich geliebt, Cain. Ich liebe dich immer noch. Du hast mir sehr wehgetan, als du so ausgeflippt bist. Ich weiß, dass ich dir auch wehgetan habe. Und ich muss dir sagen, wie leid mir das tut. Es tut mir leid, Cain. Ich hab alles ruiniert. Das war nie meine Absicht. Aber es ist passiert. Ich dachte an unser letztes Gespräch zurück. Ich schrie, war wütend und frustriert. Sie hatte mir eine Woche zuvor gesagt, dass sie ausziehen würde. Und meine Wut, mein Schmerz und meine Unsicherheit hatten sich die ganze Woche über aufgebaut. Als sie mit dem Truck vorfuhr und ich wusste, dass sie wirklich gehen würde, brach alles aus mir heraus. Es war nicht schön. Und es war das letzte Mal gewesen, dass ich mit ihr gesprochen hatte. Oh, sie hatte es versucht. Ich war einfach nicht in der Verfassung, irgendetwas mit ihr zu tun zu haben. Ich war auch an diesem Tag nicht in der Verfassung, irgendetwas mit ihr zu tun zu haben. Was willst du von mir? Ripley, fragte ich. Alles in Ordnung, Ripley. Ich glaube dir kein Wort. Das ist dir doch klar, oder? Ich glaube, du warst unterwegs, um deine Identität zu finden, indem du dich durch die Stadt geschlafen hast. Ich weiß nicht, was du hier spielst, aber ich denke, du solltest gehen. Sie seufzte entnervt. Ich hab das alles erwartet, kein. Das macht es nicht einfacher, das zu hören. Aber ich hab erwartet, dass du genau so denkst. Du hast mir nie die Chance gegeben, zu erklären, was los war. Du bist nie vor Gericht erschienen. Du hast mich gemieden wie die Pest und du läufst jedes Mal weg, wenn ich dich aufspüre. Du weißt, dass das Gericht eine Beratung angeordnet hat, oder? Das Problem war, dass du in Alaska warst und nicht erreichbar warst. Ich hab schließlich aufgegeben und es durchgehen lassen. Gib mir eine Chance. Das ist alles, worum ich bitte. Lass mich kommen und mit dir reden. Lass uns kommen und mit dir reden. Wenn nicht für mich, dann tu es für sie. Sie nickte in Makenas Richtung, die mit ihrem Arm über Atlas' breitem Rücken auf uns zukam. Was ist mit ihr? Kein. Ich konnte nichts sagen, weil Makana neben mir stand. Ich liebe Atlas, sagte sie. Keine, wenn du mein Daddy bist. Darf ich dann manchmal hierbleiben und mit ihrem spielen? Das war nicht fair. Das war auf keinen Fall fair. Es wurde noch schlimmer, als sie auf meinen Schoß kletterte und ihren kleinen Lockenkopf auf meine Brust legte. Halt mich, sagte sie. Sie rollte sich zusammen, als würde sie sich gemütlich machen. Ich warf Ripley einen tödlichen Blick zu, aber sie lachte nur. Sie wusste verdammt gut, dass das kleine Mädchen unwiderstehlich war. Ich muss noch ein paar Besorgungen machen, sagte sie. Es sollte nur ein paar Stunden dauern. Makana scheint müde zu sein. Kann sie bei dir bleiben? Nein. Ich. Dieses hinreißende kleine Gesichtchen schaute mich an und die schläfrigen blauen Augen lösten mein Herz. Bitte kein. Mama macht langweilige Sachen und ich bin sehr müde. Ich. Nun, lass uns reingehen, sagte ich. Ich trug sie und sie war so leicht wie eine kleine Feder. Ripley trug die übrig gebliebene Pizza und die Kühlbox. Ich setzte mich auf das Sofa und Makana rollte sich zu einem kleinen Ball auf meinem Schoß zusammen. Kalt beschwerte sie sich. Ich nahm eine Decke von der Rückseite des Sofas und deckte sie damit zu. Sie zappelte herum, bis sie es bequem hatte und ihr Atem langsam und tief wurde. Ich hörte, wie Ripley in der Küche herumwerkelte, die Pizza in Topperware packte und sie dann in den Kühlschrank stellte. Sie brachte mir ein Bier, öffnete es und stellte es auf den Tisch, wo ich es erreichen konnte. Verdammt, diese Frau kam in mein Haus und machte es sich gemütlich, als hätte sie jedes Recht, hier zu sein und sie kam damit durch, weil sie wusste, dass Makana mich im Handumdrehen um den Finger wickeln würde. Sie sah uns einen langen Moment lang an und ich konnte sehen, wie ihr Tränen in die Augen stiegen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das leuchtende Grün ihrer Augen begann zu funkeln und sie drehte sich um, griff nach ihrer Handtasche und ging zur Tür. Ich werde nicht lange brauchen, sagte sie über ihre Schulter. Ihre Stimme klang irgendwie komisch und ich konnte sehen, wie sie sich die Augen wischte, als sie die Tür schloss. Ich schaute mir ein bisschen Sport im Fernsehen an und trank mein Bier. Makana seufzte ab und zu leise im Schlaf und dann kniete Ripley vor uns und beobachtete uns. Ich wachte ein wenig auf und Makana schlief noch. Ripley bemerkte, dass ich wach war und streckte die Hand aus, um meine Wange in ihrer Handfläche zu halten. Trag sie für mich zum Auto kein. Ich stand vorsichtig auf, um meine müde Fracht nicht zu stören und trug sie nach draußen. Ripley öffnete die Hintertür ihres Eskalade und ich setzte Makana vorsichtig in ihren Autositz. Auf dem Sitz neben ihr lag ein kleines Kissen, das ich benutzte, um ihren Kopf hochzulagern. Ich konnte nicht anders. Ich küßte ihre winzige Wange. Sie seufzte und rutschte ein wenig in eine bequemere Position. Ich stand auf, Ripley kam ein Schritt auf mich zu, drückte ihre ganze Wärme an mich und küßte mich auf die Wange. Danke, Kain, sagte sie. Können wir irgendwann abends vorbeikommen, wenn du Feierabend hast? Ich muss wirklich mit dir reden. Ich bringe das Zeug für einen DNA-Test mit. Ich bringe sie mit. Bitte. Freitag um sechs, sagte ich ihr. Ich koche. Ich traute mir selbst nicht mehr, also schob ich mich an ihr vorbei und ging ins Haus, ohne mich umzusehen. Ich stand eine Minute mit dem Rücken zur geschlossenen Tür und schüttelte dann den Kopf, um die Spinnweben zu vertreiben. Es war eine höhlische Nacht gewesen. Den Rest der Woche war ich bei der Arbeit nicht zu gebrauchen. Immer wieder musste ich an das Gefühl denken, das ich hatte, als ich auf dem Sofa saß und diesen kleinen Engel auf dem Schoß hielt. Nachts füllten Visionen einer unglaublich sexy und leidenschaftlichen Rothaarigen meine Träume und ich wachte erschöpft auf. Außerdem beschäftigte mich etwas, etwas, das Ripley gesagt hatte, an das ich mich nicht mehr genau erinnern konnte, das aber wichtig war. Am Donnerstag fiel es mir endlich ein. Sie hatte etwas darüber gesagt, dass ich, wenn ich in der Tisella übernachtet hätte, gesehen hätte, wie meine Mutter Makana dort abgesetzt hätte. Was zum Teufel. Ich besuchte meine Eltern regelmäßig und sie hatten kein Wort über Ripley oder das kleine Mädchen verloren. Ripley verstand dich. Ich hatte deutlich gemacht, dass ich nicht über sie sprechen wollte. Ein kleines Mädchen, das vielleicht meins ist, dass sie babysitten. Das war eine ganz andere Geschichte. Ich lud mich selbst für diesen Abend mit den vier berühmten Worten zum Abendessen bei meinen Eltern ein. Wir müssen reden. Ich war immer noch aufgebracht, als ich zu Hause ankam, aber das Abendessen und das Gespräch über andere Dinge beruhigten mich so weit, dass ich zuhören konnte. Mama sagte, sie hätten mir nichts von Makana erzählt, weil sie nicht so aussehen wollten, als würden sie mich drängen, wieder mit Ripley zusammenzukommen. Nun, das war wohl fair genug und ich hatte ziemlich vehement darauf bestanden, nicht über sie sprechen zu wollen. Es scheint, als hätten sie die ganze Zeit über Kontakt zu ihr gehabt, also zu Ripley. Sie hatte ihnen denselben Mist erzählt, den sie mir auch erzählt hatte, nämlich, dass sie sich selbst finden und sehen wollte, ob sie es alleine schaffen könnte. Für mich ergab das immer noch keinen Sinn. Ihre Karriere lief super und sie war ganz auf sich allein gestellt. Außerdem sollten Verheiratete doch Dinge gemeinsam unternehmen. Ich dachte immer noch, der wahre Grund sei, dass sie es mit jemand anderem oder mit mehr als einer Person versuchen wollte, bevor wir Kinder bekamen. Das war der einzige Grund, der für mich Sinn ergab und das sagte ich auch. Ich glaube nicht, dass es das ist, sagte Mom. Ich weiß, dass das, was sie gesagt hat, total verrückt ist, aber ich glaube, sie meint es wirklich ernst. Sie dachte, ihr würdet nur ein paar Monate getrennt leben und dann würde sie wieder einziehen. Sie hatte die feste Absicht, dir treu zu sein und soweit wir wissen, war sie das auch, bis die Scheidung endgültig war. Ihr meint, ihr zwei habt diesen Haufen Quatsch geglaubt. Nein, mein Sohn, das haben wir nicht, sagte Dad. Wir haben ihr gesagt, dass das das Dümmste ist, was wir je von jemandem gehört haben. Als sie uns in Tränen aufgelöst davon erzählte, dass du sie verlassen hattest, fragten wir sie, was sie sich denn nach so einer Aktion erwartet hätte. Bis dir sie sagte tatsächlich, sie hätte erwartet, dass du eine Weile sauer sein würdest, dich aber wieder beruhigen und auf ihre Rückkehr warten würdest. Als wir mit ihr fertig waren, wusste sie, dass sie es gründlich vermasselt hatte, aber keiner von uns wusste, was wir tun sollten, um das wieder hinzubiegen. Wir wussten nicht einmal, wo du warst. Wir brachten es nicht übers Herz, ihr zu sagen, dass sie verschwinden soll, fuhr Mom mit der Geschichte fort. Wir haben versucht, ihr zu helfen, einen klaren Kopf zu bekommen. Ich bin mir nicht sicher, wie erfolgreich wir dabei waren. Dann erzählte sie uns, dass sie schwanger sei. Sie schwor, dass das Baby von dir sei, aber wir glaubten ihr nicht ganz. Trotzdem versuchten wir, ihr dabei zu helfen, sich auf eine verantwortungsvolle Mutterrolle vorzubereiten. Sie hat sich wirklich gut gemacht, kein. Sie hat sich von einer anspruchsvollen, flatterhaften Prinzessin, die jede dumme Idee, die ihr in den Sinn kam, in die Tat umsetzte, zu einer verantwortungsbewussten Erwachsenen entwickelt, die in der Lage ist, ein Kind großzuziehen. Wusstest du, dass sie ihre Arbeitszeit beim Radio auf die Hälfte reduziert und fast alle ihre Auftritte im Freien abgesagt hat, als Makana geboren wurde? Das wusste ich nicht. Keine. Ich weiß, wie sehr du Ripley geliebt hast. Also weiß ich auch, wie sehr es wehgetan hat, als sie dich verlassen hat. Ich mach dir keine Vorwürfe für das, was du getan hast. Warf Dad. Ein Ripley war total egoistisch und unglaublich dumm, als sie dich verlassen hat. Aber sie ist nicht mehr dieselbe Frau. Deine Mutter und ich sehen viel Gutes in ihr. Besonders, wenn sie mit Makana zusammen ist. Ich denke, es wäre in deinem besten Interesse, ihr eine Chance zu geben, dir zu zeigen, wie sehr sie sich verändert hat. Wenn du das nicht tust und sie entscheidet, dass du es nie tun wirst, wird sie nicht lange auf dem Markt sein. Ich hielt es nicht für sinnvoll, meine Eltern darauf hinzuweisen, dass Ripley nach eigenen Angaben eine Darstellerin ist. Sie ist gut darin, Leute zu täuschen. Andererseits konnten meine Eltern Menschen ziemlich gut einschätzen. Dummheit ist eine Sache, Lügen eine andere, und sie waren überzeugt, dass sie einfach nur dumm war. Zumindest war sie konsequent, sie hatte ihnen dasselbe erzählt wie mir. Ich musste über ein paar Dinge nachdenken, also nahm ich mir am Freitag frei, um angeln zu gehen. Ich fand es schon immer befreiend, den perfekten Platz für eine Fliege zu finden. Ich bin allein mit meinen Gedanken, nur das Geräusch von fließendem Wasser, die Bewegungen der Rute und der Schnur, die zusammenarbeiten, um den perfekten Wurf zu machen. Ich fing zwei große Regenbogenforellen und eine Bachforelle und fühlte mich viel besser. Vielleicht war ich sogar selbstbewusst genug, um Ripley und Makana gegenüber zu treten. Ich ging kurz vorbei und holte ein paar Garnelen und die Zutaten für eine Garnelen-Alfredo Linguini. Ich dämpfte etwas Gemüse, warf einen Salat zusammen und öffnete eine Flasche Wein. Ich hatte Apfelsaft für Makana und hoffte, dass sie ihn mochte. Ich hasste den Gedanken, mich Ripley erneut auszusetzen. Ich spürte immer noch den Schmerz und die Wut vom letzten Mal, und jetzt ließ ich sie die Risse wieder aufbrechen. Ich warf das Abendessen fast weg. Ich hatte den Topf mit den Nudeln in der Hand, aber ich stellte ihn wieder auf den Herd. Ich dachte darüber nach, einfach zu gehen und nicht da zu sein, wenn sie auftauchten. Andererseits hatten meine Eltern vielleicht recht, und ich hatte eine falsche Vorstellung davon, was sie getan hatte. Ich sah, wie Atlas den Kopf hob und die kleinen Ohren hin und her bewegten. Er stand mit einem Stöhnen auf und ging ins Wohnzimmer. Das bedeutet normalerweise, dass er draußen ein Auto hört. Also verrührte ich die Alfredo-Soße, die Nudeln und die Garnelen. Ich musste noch den Parmesan-Käse hinzufügen, aber das würde ich erst tun, kurz bevor ich das Essen auf den Tisch stellte. Es klingelte an der Tür, und ich ging, um sie zu öffnen. Da standen sie. Makana versteckte sich wieder hinter Ripley, aber als sie Atlas sah, tanzte sie auf ihn zu und umarmte ihn. Er mochte es nie, wenn ich ihn umarmte, aber ihr schien es nichts auszumachen. Tatsächlich wackelte er überall. Sie war noch atemberaubender als beim letzten Mal, als ich sie sah. Sie trug ein hübsches, kleines, rotes Kleid, und ihr lockiges Haar umrahmte ihr Gesicht wie ein Heiligenschein. Ripley. Nun, sie war einfach Ripley. Sie trug ein dunkelgrünes Kleid und war atemberaubend. Sie ist groß und schlank, aber sie hat Kurven an den richtigen Stellen. Ihre Taille ist lang, schlank und geschmeidig. Ihre Hüften sind wunderschön geschwungen, und sie hat die perfekteste Figur, die man sich vorstellen kann. Meine Augen glitten über die atemberaubende Wölbung ihrer Brüste. Sie waren zur Schau gestellt und zeigten ein wenig Dekolleté. Eine goldene Kette fiel in dieses Tal, an der der kleine Jadekopf durchhing, den ich ihr zu ihrem 18. Geburtstag geschenkt hatte. Meine Augen glitten zu ihrem Gesicht. Es ist herzförmig, mit hohen Wangenknochen, einer schlanken Patriziernase mit Sommersprossen, diesen riesigen smaragdgrünen Augen und ihren geschwollenen roten Lippen, die sich zu einem Lächeln verzogen hatten. Sie hatte eine Sahnetorte in der Hand. Hallo, Kain, bestehen wir die Inspektion? Sie lachte, und ich spürte, wie mich der alte Nervenkitzel durchströmte. Ähm, ich räusperte mich. Ja, ihr zwei würdet einen Zug aufhalten. Kommt rein. Ich trat zur Seite, und sie ging in die Küche und stellte ihre Torte in den Kühlschrank. Sie schien sich wie zu Hause zu fühlen. Ich kniete mich vor Makana auf den Boden. Hallo. Schatz, sagte ich. Ich versuchte, meine Stimme so sanft wie möglich klingen zu lassen. Hattest du einen schönen Tag? Fragte ich. Sie hörte auf, Atlas zu umarmen, trat einen Schritt auf mich zu und schlang ihre Arme um meinen Hals. Ich konnte ihre weiche, kleine Wange an meiner spüren. Sie zog sich zurück und schaute mir ins Gesicht. Hallo. Kain, sagte sie. Ja, ich war in der Kindertagesstätte, und sie haben uns zu einer Sache mitgenommen. Wie hieß das, Mama? rief sie Ripley zu. Das Wissenschaftszentrum, sagte Ripley, und ging zurück ins Wohnzimmer, um uns sehen zu können. Ja, sie haben uns dorthin gebracht, sagte Makana. Es hat mir gefallen. Was hast du gemacht? Ich war angeln, sagte ich ihr. Magst du angeln? Ich weiß nicht, sagte sie und zuckte mit den Schultern. Mama hat mich nie zum Angeln mitgenommen. Das müssen wir ändern, sagte ich. Möchtest du mit Atlas und mir angeln gehen? Ja, sagte sie. Wann gehen wir? Das müssen wir mit deiner Mutter klären, sagte ich. Hast du Hunger? Ja, ich bin am Verhungern, sagte sie. Mama hat einen Kuchen gebacken. Das habe ich gesehen, sagte ich. Ich hob sie hoch und trug sie ins Esszimmer. Es gab ein Problem. Meine Stühle waren zu niedrig. Ich holte ein paar Kissen, auf denen sie sitzen konnte, und alles war gut. Kann ich irgendetwas tun? Fragte Ripley. Schenk Getränke ein, sagte ich. Wir sind bereit. Ich gab den Käse hinein und rührte ihn um, bis er geschmolzen war, brachte alles zum Tisch, und als ich fertig war, hatte Ripley Getränke und wir setzten uns zum Abendessen. Makana plapperte die ganze Zeit fröhlich und verhinderte, dass es unangenehm wurde, als wir uns mit ihr beschäftigten. Sie schien meine Kochkünste zu lieben und bat um mehr Nudeln. Sie aß alles, sogar das Gemüse, und wir aßen alle ein Stück Kuchen. Es war Schokoladenkuchen und sehr gut. Ripley hatte sich einige neue Fähigkeiten angeeignet. Als wir verheiratet waren, verbrannte sie Toast, also kochte ich meistens. Nach unserem Kuchen gingen wir ins Wohnzimmer und Ripley legte einen Zeichentrickfilm für Makana ein. Wir saßen auf dem Sofa und Makana kuschelte sich an meine Seite, während Ripley ihre Schuhe auszog und ihre Beine auf unmögliche Weise, wie es nur Frauen können, unter sich verschränkte. Das war köstlich, sagte sie. Du hast dein Händchen für die Küche nicht verloren. Danke, sagte ich. Ripley, ich will ja nicht die Stimmung verderben, aber was genau machst du da? Ich werfe meinen Hut wieder in den Ring, sagte sie. Ich versuche schon seit langem, es dir zu erklären. Ich bin vorbeigekommen, um mich zu setzen und mit dir zu reden, drei Tage nachdem ich ausgezogen bin. Du warst weg. Du warst verschwunden. Nachdem ich gehört hatte, dass du wieder da bist, habe ich versucht, mit dir zu reden. Ich kenne deine Telefonnummer nicht, also konnte ich dich nicht anrufen. Du hast mich blockiert, sodass ich dir keine E-Mail schicken konnte. Ich muss hundertmal vor deinem Büro gesessen haben, nachdem ich herausgefunden hatte, wo du arbeitest. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber du bist nie rausgekommen. Ich habe mich vom Sicherheitspersonal sagen lassen, wann du da bist, sagte ich. Ich bin dann durch eine andere Tür rausgegangen. Sie lächelte traurig. Ich dachte mir schon, dass es so ähnlich war. Ich bin hierher gekommen und habe die Straße runtergeparkt. Manchmal habe ich gesehen, wie du weggefahren bist, aber ich konnte nie sagen, ob du zu Hause warst. Du bist nie nach Hause gekommen, während ich hier war. Ich habe immer nachgesehen, sagte ich ihr. Wenn ich dein Auto sah, bin ich einfach woanders hingegangen. Deshalb hatte ich nie die Gelegenheit, dir von Makana zu erzählen, sagte sie. Du warst die ganze Zeit weg, als ich schwanger war. Ich habe das Testkit mitgebracht. Kein. Lass es einfach hier, wenn du gehst, sagte ich ihr. Angenommen, du sagst mir die Wahrheit, was nun. Ich brauche meinen Mann, sagte sie. Makana braucht ihren Vater. Was soll das? sagte ich. Du wirfst eine Bombe in mein Leben, ziehst aus, nachdem du mir irgendeinem Psychokram erzählt hast. Kommst zurück, wirfst eine weitere Bombe und sagst mir, dass du mich brauchst. Nun, ich habe dich gebraucht, Ripley. Du hast dir keine Gedanken gemacht. Ich warf einen Blick auf Makana. Sie war in ihren Film vertieft. Es war dir völlig egal, dass ich dich brauche. Warum sollte es mir wichtig sein, dass du mich brauchst? Da liegst du falsch, sagte sie. Okay, sag mir, wo ich falsch liege, sagte ich. Was? War meine Company? Ich schaute auf Makana hinunter. Sie war immer noch in ihren Film vertieft. War ich nicht groß genug für dich? Habe ich es nicht für dich getan? Ripley sah entsetzt aus. Oh nein. Kein. Denk das bloß nicht. Das war nie ein Problem für uns. Das weißt du. Nein. Du hast meine Welt erschüttert. Du bist riesig. Ich hätte nie. Herrgott? Kein? Was ist los mit dir? Du bist so ein Mann. Warum denken Männer so etwas? Glaubst du, jede Frau ist eine Größenkönigin? Glaubst du, wir alle lexen nach einem 25-5 cm Schwanz? Bist du eine Königin, Mama? Fragte Makana. Verdammt, sie hatte zugehört. Ripley lachte. Nein, Baby. Aber du bist eine Prinzessin. Makana kicherte. Gut gerettet, dachte ich. Ich beugte mich vor und drückte ihr Knie. Sie lächelte mich an und meine Sicht wurde verschwommen. Ich will sie, Ripley, sagte ich. Was meinst du? Fragte sie. Ich meine, ich will mit ihr zusammen sein, sagte ich. Ich will, dass sie bei mir bleibt. Ich will sie an den Wochenenden, ich will sie zu Weihnachten. Okay, ich dachte mir schon, dass du so empfindest, sagte sie. Ich weiß, wie du dich fühlst. Das Problem ist, ich will sie auch. Wir können das schon hinbekommen. Ich will, dass sie bei mir übernachtet, sagte ich. Wir sind sozusagen ein Gesamtpaket. Kein, sagte sie. Makana, möchtest du die Nacht mit mir und Atlas verbringen? Fragte ich sie. Er, nickte ihr kleiner Lockenkopf. Baby, möchtest du nur mit Kain und Atlas bleiben? Fragte sie. Diesmal schüttelte sie den Kopf. Nein, sagte sie. Sie war sehr nachdrücklich. Ich möchte auch, dass du bleibst. Mama, ich könnte dich brauchen. Du darfst nicht nur an dich denken, Kain, sagte Ripley. Sie ist wichtiger als das. Du musst auch daran denken, was sie wollen würde. Ich werde mit dir zusammenarbeiten und du kannst sie fast jederzeit haben, aber du musst auch auf ihre Bedürfnisse eingehen. Das ergab Sinn, also nickte ich. Es klang auch nicht nach der alten Ripley. Ich verstehe. Darüber wollte ich nicht mit dir reden, sagte sie. Kain, ich muss dich etwas fragen. Als ich dir erzählt habe, was mit mir los ist, war ich hundertprozentig ehrlich zu dir. Es hatte nichts mit, du weißt schon, zu tun. Die Vorstellung, dass du nicht groß genug bist, ist lächerlich. 25 cm lange Schwänze sind etwas, das Männer interessiert, nicht Frauen. Du hast zu viele Pornos gelesen. Was sind Pornos, Mama? Fragte Makana. Wir brachen beide in Gelächter aus. Das ist nichts, Makana, sagte ich ihr. Ähm, es ist so etwas wie Mais. Nur eklig. Du wirst nie etwas damit zu tun haben. Ripley war fast hysterisch. Das ist zu viel, keuchte sie. Jedenfalls ging es nicht darum, Kain. Es ging darum, dass ich keine sehr reife Person bin. Ich war so in dich verliebt. Ich bin es immer noch. Ich hatte das Gefühl, verschluckt zu werden. Und dass nichts von mir übrig bleiben würde. Und das hat mir eine Höllenangst gemacht. Ich geriet in Panik und habe etwas Dummes getan. Okay? Ich dachte, ich müsste eine Weile von dir weg. Ich wollte nie, dass es für immer ist. Ich dachte, wir würden uns ein paar Mal pro Woche treffen. Und ich würde. Sie sah Makana an und kicherte. Ich würde dich umhauen. Ich weiß, das klingt alles nach Blödsinn. Für mich klingt es jetzt so, aber damals nicht. Ich war ein unreifes Kind und dachte wie eines. Warum hast du das nicht gesagt? Fragte ich. Es schien mir ganz sicher, dass du vorhattest, dass es für mich dauerhaft sein sollte. Das habe ich gesagt. Beharrte sie. Ich habe genau das gesagt, aber entweder habe ich es nicht sehr gut gesagt, oder du hast nicht sehr gut zugehört. Habe ich jemals gesagt, ich verlasse dich. Kein. Ich will nicht mehr mit dir verheiratet sein. Nein. Du hast gesagt. Keine. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber ich ziehe aus. Ich habe eine Wohnung in der Piena Street und ziehe nächsten Samstag dort ein. Ich brauche etwas Zeit für mich. Ich muss meine eigene Identität finden. Oder so einen dummen Scheiß. Meine Stimme wurde etwas lauter und Makana sah zu mir auf. Schon gut. Tut mir leid, sagte ich. Ihre Augen wanderten wieder zum Fernseher, aber ich wusste, dass ihre Ohren Ripley und mir zuhörten. Das funktionierte nicht. Das ist mir zu unangenehm, sagte Ripley. Ich möchte, dass du sagen kannst, was du sagen willst. Hast du morgen etwas vor? Ich wollte mir ein bisschen Basketball ansehen, ein paar Bier trinken und das Auto waschen und saugen, sagte ich. Warum? Kann ich dich abholen und irgendwo hin mitnehmen? Fragte sie. Ich werde Mom bitten, auf Makana aufzupassen. Ich möchte dir etwas sagen. Ich möchte, dass du mir alles sagen kannst. Wirst du das für mich tun, Kain? Ich war sehr misstrauisch. Wohin bringst du mich? Fragte ich. Herr Gott, Kain, hör auf, so ein Weicher zu sein, sagte sie. Glaubst du, ich bin gefährlich? Glaubst du, ich plane, dich umzubringen und deine Leiche in den See zu werfen? Ja und nein, sagte ich. Ich glaube nicht, dass du vorhast, mich umzubringen, aber ich glaube, dass du gefährlich bist. Du bist die gefährlichste Person, die ich je getroffen habe. Sie lachte darüber. Bitte. Ich bin um zehn hier. Ich helfe dir danach, dein Auto zu waschen, okay? Die Credits liefen in Makanas Film. Okay, sagte ich. Mach dir nicht zu viele Hoffnungen, Ripley. Das werde ich nicht, versprach sie. Ich spielte noch ein wenig mit Makana und Atlas. Dann war es Zeit für sie, nach Hause zu gehen. Makana umarmte mich fest, und Ripley gab mir eine Umarmung und einen Kuss auf die Wange. Ich schnallte Makana in ihren Autositz an. Wann verbringen wir eine Nacht bei dir? Fragte sie. Und wann gehst du mit mir angeln? Sie hatte ein Gedächtnis wie ein Stahlfaß. Hast du am Sonntag schon etwas vor? Fragte ich sie. Sie kicherte. Nein, ich habe keine Verabredungen. Warum willst du das wissen? Wenn deine Mutter einverstanden ist, nehme ich dich am Sonntag mit zum Angeln, sagte ich. Wir müssen darüber reden, wann du bei uns übernachten kannst, okay? Ja, sagte sie. Sie nickte heftig und ihre Locken hüpften. Ich möchte aber wirklich über Nacht bleiben. Darf Atlas bei mir schlafen? Ich erlaube ihm nicht, auf die Betten zu steigen, sagte ich ihr. Es stinkt dann immer so. Wir können sein Bett in dein Zimmer bringen. Und er kann auf dem Boden neben deinem Bett schlafen. Sie dachte eine Minute darüber nach. Okay, sagte sie. Ripley, darf sie angeln gehen? Fragte ich. Natürlich, sagte sie. Ich sehe dich um zehn. In dieser Nacht hatte ich Albträume. Ein kleines, dunkelhaariges Mädchen wurde von einem riesigen Fisch gefressen. Und ich rannte los, um sie zu retten. Ich rannte durch Melasse und brauchte ewig, um dorthin zu gelangen. Ich schoss hoch, mein Herz pochte. Ich schwitzte stark und es war vier Uhr morgens. Ich stand auf und schüttelte das Wasser ab, während das Adrenalin durch meine Adern pumpte. Ich legte mich wieder hin. Es dauerte eine Weile, bis ich dieses Bild aus meinem Kopf bekam, aber als nächstes war es neun Uhr und der Wecker auf meinem Handy klingelte. Ich stand auf, duschte kurz, zog mich an und aß einen Muffin. Ich trank gerade meine zweite Tasse Kaffee, als Atlas aufstand und zur Tür ging. Es klingelte, genau im richtigen Moment, und Ripley war da. Möchtest du eine Tasse Kaffee? Fragte ich sie. Es ist noch eine übrig. Ich will sie nicht wegschütten. Hast du einen Tugo-Becher? Fragte sie. Ich will anfangen. Ich kramte herum und holte zwei. Ich schenkte ihren ein und füllte meine in die andere. Kann Atlas mitkommen? Fragte ich sie. Natürlich, sagte sie. Ähm, würden Sie ihm bitte eine Decke oder etwas ähnliches besorgen? Wir müssen sonst zwei Autos sauber machen, wenn Sie das nicht tun. Ich holte die alte Decke, die ich in meinem Auto hatte, und wir folgten ihr nach draußen. Sie trug hackifarbene Shorts und ein grünes Hemd, dessen Zipfel sie hochgebunden hatte, sodass ihr Bauchnabel herausschaute. Darin steckte ein kleiner Diamantohrstecker. Das war neu. Sie füllte diese Shorts perfekt aus, und so wie sie hüpfte, konnte ich erkennen, dass sie keinen BH anhatte. Sie bemerkte meinen Blick und grinste mich verschmitzt an. Eine Sache, die wir schon immer gemeinsam hatten, war die Liebe zu Autos. An diesem Tag fuhr sie nicht den Eskalade. Das musste ihr, nur sie Auto sein. Ich war beeindruckt. Es war silbern und ich wusste, dass es ein Mercedes war, aber das war alles. Was ist es? Fragte ich. Ein 2003 RCL Coupé, sagte sie. Doppelturbo, kein 830LB Drehmoment. Darf ich mal fahren? Fragte ich. Sie lachte. Auf keinen Fall. Wenn du mich den 400 Anforcy Tour erfahren lässt, darfst du den hier fahren. Bokeh, du darfst ihn fahren, sagte ich. Sie legte den Kopf schief und zog eine Augenbraue hoch. Klar, als ob ich dir hier wirklich vertrauen würde. Du hast mich noch nie damit fahren lassen. Ich lass dich fahren und du brichtst dein Wort, das weiß ich. Sie öffnete die Tür und breitete die Decke auf dem Rücksitz aus. Sie trat einen Schritt zurück und Atlas kletterte langsam hinein. Er hechelte bereits und zwei weiße Fäden hingen ihm aus den Läfzen. Sie wischte sie mit einer Ecke der Decke weg. Sie startete den Motor und schaltete die Lüftung auf die höchste Stufe. Es würde nichts bringen. Er hechelte immer im Auto. Wir fuhren 30 Minuten und ich wusste, wohin wir fuhren. Hey, du wirst mich wirklich umbringen und meine Leiche im See versenken? Sagte ich. Atlas wird dich beißen, wenn du mir wehtust. Nein, der Welpe würde Mama nie beißen, oder? Säuselte sie. Er hechelte glücklich. Im Auto war es eisig kalt. Ich konnte spüren, wie sich auf meinem Schnurrbart reif bildete. Ich schaute zu Ripley. Deren Brüste versuchten, Löcher in ihr Hemd zu schneiden. Sie sah mich. Sie blickte nach unten und kicherte. Ziemlich kalt. Nicht wahr? Du wolltest ihn mitnehmen. Ich hatte nichts dagegen, mir diese kleinen Knöpfe anzusehen, aber das wollte ich ihr nicht auf die Nase binden. Ich grunzte nur und schaute weg. Nach einer Minute schaute ich wieder hin, als ich dachte, dass sie nicht hinsah. Wir fuhren am Yachthafen vor. Sie parkte und öffnete den Kofferraum. Ich stieg aus und ließ Atlas raus. Ich befestigte seine Leine. Die meisten Menschen sind ein wenig eingeschüchtert, wenn sie ein 160 Pfund schweres Tier auf sich zukommen sehen. Es sei denn, es ist angeleint. Ripley holte einen großen Korb und eine Kühlbox aus dem Kofferraum. Ich nahm einen Griff der Kühlbox und sie trug den Korb. Wir gingen zum Yachthafen hinunter und sie nickte nach links. Wir gingen etwa 15 Meter weiter und sie deutete auf ein schönes Kajütboot, das dort festgemacht war. Das ist es, sagte sie. Wir kletterten an Bord und halfen Atlas an Bord. Ein Arbeiter machte die Leinen los und Ripley ließ uns aus der Zone ohne Wellenschlag treiben, bevor sie die Drosselklappen zurückzog und das große Boot in die Gleitfahrt überging. Sie fuhr mit uns etwa 5 Meilen den See hinauf und hielt in einer Bucht an. Binde uns an diesem Baum fest, sagte sie. Sie stellte die Motoren ab und ich machte das Boot fest. Wem gehört das Boot? fragte ich. Mir, sagte sie. Ich habe es seit etwa 6 Monaten. Du hast es zu etwas gebracht, oder? sagte ich. Ich habe einen ziemlich großen Vertrag abgeschlossen, sagte sie. Das ist mein Antrittsbonus. Meine Güte, Ripley, du spielst jetzt bei den Großen mit, sagte ich. Willst du ein Bier? fragte sie. Ich nahm eins und wir gingen nach oben auf die Veranda. Wir saßen uns auf den Kissen gegenüber und ich wusste, dass die heftige Kritik gleich losgehen würde. Okay, ich werde es dir sagen, sagte sie. Es wird dir vielleicht nicht gefallen, aber wenn du mir zuhörst, höre ich dir auch zu, einverstanden. Du erwartest, dass ich einfach nur da sitze, fragte ich. Nein, das würde mir gefallen, aber ich erwarte es nicht, sagte sie. Ich schnaubte. Sie lehnte sich zurück auf das Kissen und streckte ihre unglaublich langen Beine aus. Kane, ich liebe dich, sagte sie. Ich liebe dich seit unserem ersten Date. Ich habe nie damit aufgehört und ich glaube nicht, dass ich das jemals tun werde. Du bist der einzige Mann, den ich je geliebt habe. Du bist der richtige für mich. Als ich zu dir kam und dir sagte, dass ich für eine Weile weg muss, meinte ich nie für immer. Ich habe nicht einmal an einen anderen Mann gedacht. Ich war immer noch genauso in dich verliebt wie eh und je. Ich dachte, ich wäre zu sehr in dich verliebt. Ich habe mich geirrt. Ich wusste es damals nicht, aber ich war es. Ich sage das nur ungern. Ripley, sagte ich, aber das klingt nach Reue des Käufers. Es klingt, als hättest du dir genommen, was du dachtest zu wollen. Und es ist nicht so geworden, wie du dachtest. Nein, da liegst du falsch, sagte sie. Was ich bereue, ist die Art und Weise, wie ich es getan habe, nicht, dass ich es getan habe. Ich bin erwachsen geworden, Kane. Ich war ein dummes, unreifes Mädchen. Jetzt bin ich eine Frau. Ich habe getan, was ich tun musste. Und wenn du nicht so davon gelaufen wärst, wie du es getan hast, wäre es für uns beide so viel einfacher gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine schlechte Sache war. Du bist dir nicht sicher, ob es eine schlechte Sache war. Für mich war es verdammt nochmal eine schlechte Sache. Das kann ich dir sagen. Willst du mir sagen, dass du es nicht bereust, mich verlassen zu haben? Ich hatte nicht vor, dich zu verlassen. Kane, das sage ich dir immer wieder. Ich bin ausgezogen. Das ist nicht dasselbe. Das ist Blödsinn, aber wie du willst. Du hattest etwas zu tun, also bist du einfach ausgezogen. Anstatt zu versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und jetzt sagst du mir, dass alles in Ordnung gewesen wäre, wenn ich nur allein zu Hause gesessen und darauf gewartet hätte, dass du dich entscheidest, zu mir zurückzukommen. Ich habe nicht gesagt, dass ich schlau war, Kane. Und ich habe dir bereits gesagt, dass es mir leid tut, dass ich dich so sehr verletzt habe. Ich kann es aber nicht wirklich bereuen, denn während ich weg war, bin ich erwachsen geworden. Als ich herausfand, dass ich schwanger war, musste ich schnell erwachsen werden. Schnell erwachsen. Wann hast du es herausgefunden? Fragte ich. Erst nach einer Weile, sagte sie. Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, dass meine Periode ausblieb. Das erste, was mir auffiel, war, dass mir morgens ein wenig übel war. Ich dachte, ich hätte mir ein Virus eingefangen. Es ging nicht weg und ich ging zum Arzt. Da fand ich es heraus. Ich war in der neunten Woche schwanger. Wusstest du, dass sie von mir war? Fragte ich. Kein. Daran habe ich nie gezweifelt, sagte sie. Du bist der einzige Mann, dem ich jemals erlaubt habe, mich auf intime Weise zu berühren, von dem Zeitpunkt an, als wir uns trafen, bis zu dem Tag, an dem unsere Scheidung rechtskräftig wurde. Konntest du es nicht erwarten, bis die Tinte getrocknet war? Fragte ich. Sie sah mich an und war wütend. Ihre Augen blitzten. Nein. Und ich habe auch niemanden berührt, bis Makana geboren wurde, sagte sie. Es klang, als würde sie mir etwas vormachen. Was willst du damit sagen? Ripley. Ich sage dir nur, dass es keine Frage gab und gibt, wer Makanas Vater ist, sagte sie. In Ordnung, wir könnten das vorerst ruhen lassen. Okay. Mach weiter, sagte ich. Ich werde versuchen, nichts zu sagen, es sei denn, ich habe eine Frage. Sie nickte. Kein. Ich habe dich nicht verlassen. Ich wollte deine Frau werden. Seit unserem ersten Date wollte ich nichts anderes. Ich wollte nur eine Chance, um zu sehen, ob ich es alleine schaffen kann. Wir waren seit meinem zweiten Semester im ersten Studienjahr zusammen. Ich lebte bei meinen Eltern, verbrachte ein Semester im Wohnheim und zog dann bei dir ein. Ripley. Das ergibt keinen Sinn. Du hast es bereits alleine geschafft. Verdammt, du warst schon mit 20 Zungen eine Berühmtheit. Und es war nicht so, dass du Teil eines Teams oder so etwas warst. Du warst einfach nur du selbst. Sie dachte einen Moment nach. Ja, ich schätze, so würde es aussehen. Keine, die Ripley O'Keefe, die jeder zu kennen glaubt, gibt es nicht wirklich. Sie ist eine Figur, die ich erfunden habe. Und ich spiele sie sehr gut. Sie hat viel mit mir gemeinsam, aber sie ist nicht ich. Ich glaube, vielen Künstlern geht es so. Meine Karriere, all das Zeug hier, sie deutete mit der Hand auf den Kajutkreuzer. Ist sie nicht wirklich ich? Wenn ich in der Öffentlichkeit war, erwarteten die Leute immer, sie zu treffen, nicht mich. Ich begann mich zu fragen, ob es mich überhaupt noch gab. Weißt du, ich habe nie wirklich allein gelebt. Mir ging es nicht viel anders, sagte ich zu ihr. Ja, das weiß ich, sagte sie. Der Unterschied ist, dass ich dachte, du würdest auch ohne mich zurechtkommen. Ich wusste nicht, wie es mir ohne dich gehen würde. Ich musste lernen, mir selbst zu vertrauen. Es hatte wirklich nichts mit dir oder uns zu tun, es lag an mir. Ich musste mir selbst vertrauen, dass ich in der Lage war, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich habe es vermasselt. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich wollte nie, dass irgendetwas von ihm passiert, was passiert ist. Ich habe nicht verstanden, wie sehr du dich aufgeregt hast. Ich habe nicht verstanden, wie ich dich beeinflusst und verletzt habe. Ich wusste, dass dir die Idee nicht gefiel, aber ich musste es auf eigene Faust versuchen. Ich war jung und dumm, kein. Wie dumm habe ich erst gemerkt, als du gegangen bist. Nun, für mich klang das einfach wie Psycho-Geschwätz, sagte ich. Für mich klang es so, als würdest du mir sagen, dass ich dir nicht genug bin, dass du nach einer Verbesserung suchst und dass ich nicht das bin, was du brauchst. Nein, nein. So war es überhaupt nicht. Sie hatte Tränen in diesen unglaublich großen Augen. Ich brauchte dich mehr denn je. Ich brauchte dich, damit du für mich da bist und mir zeigst, dass ich ein Mensch bin, auf mich allein gestellt. Ich musste nur die richtigen Worte finden, um dir zu sagen. Wie sehr ich dich liebe und dass ich dich nicht verlasse, dass du nichts falsch gemacht hast, dass ich es war, aber als ich mich drei Tage später wieder gefangen hatte. Warst du weg? Ich dachte, du wolltest, dass ich gehe, sagte ich. Nein, sie fiel vor mir auf die Knie und hielt meine Hände. Das wollte ich nie. Gott, keine, ich habe überall nach dir gesucht. Ich habe jeden angerufen, den ich kannte. Ich bin nach Hause gegangen und habe geweint. Gott, ich habe so verdammt heftig geweint. Deine Eltern wussten nicht, wo du warst. Du hast deinen Job gekündigt. Du bist einfach verschwunden. Ich bin zwei Wochen lang nicht zur Arbeit gegangen. Ich habe jede Minute damit verbracht, an dich zu denken, nach dir zu suchen und zu versuchen, dich aufzuspüren. Dann bekam ich die Scheidungspapiere mit der Post. Da hast du dich geirrt, sagte sie. Damals habe ich herausgefunden, dass du in Alaska warst. Dein Anwalt hat es mir gesagt. Ich bin zum Gericht gegangen und habe um eine Beratung gebeten. Der Richter hat zugestimmt, aber es gab keine Möglichkeit, dich hierher zu bekommen. Ich hätte alles erklären können. Dann habe ich herausgefunden, dass ich schwanger bin. Was hast du getan, fragte ich. Ich bin zusammengebrochen, sagte sie. Ich fragte mich, wie das passieren konnte. Ich habe die Pille genommen, um Himmels Willen. Du warst der einzige Mann, der jemals mit mir geschlafen hat. Ich wusste, dass das Baby von uns war. Aber ich hatte alles so vermasselt, dass ich nicht wusste, was ich tun sollte. Also ging ich zu deinen Eltern. Ich habe ihnen alles erzählt. Ich habe ihnen gesagt, wie dumm ich gewesen war. Sie waren meiner Meinung, das konnte ich ihnen ansehen. Aber sie haben nie ein böses Wort zu mir gesagt, sagte sie. Sie haben sich eine Woche lang um mich gekümmert. Ich bin bei ihnen geblieben. Du hast wunderbare Eltern, Kain. Sie haben mit mir Geburtsvorbereitungskurse besucht, mich zu Arztterminen mitgenommen. Deine Mutter war bei meiner Geburt mit mir im Zimmer. Sie war die Erste, die Mark Hanna im Arm hielt. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie geglaubt haben, dass sie unsere Tochter ist. Aber sie waren mein Fels in der Brandung. Ich lehnte mich zurück und versuchte, das alles zu verarbeiten. Ich wusste nicht, was ich denken oder tun sollte. Was willst du, Ripley? Fragte ich schließlich. Was willst du von mir? Du weißt genau, was ich will, sagte sie. Warum bist du so ein verdammter Feigling, Kain? Ich sprang auf. Das reicht? Schrie ich. Wenn du nichts anderes kannst, als mich zu beleidigen. Obwohl du es warst, der es vermasselt hat und weggelaufen ist, dann sind wir fertig miteinander. Bring mich zurück, Ripley. Sie kniete einfach nur da und sah zu mir auf. Nein, sagte sie. Ich stürmte zum Fahrersitz. Die verdammten Schlüssel waren weg. Wo sind die Schlüssel? Ich gebe sie dir nicht, sagte sie. Wir bleiben hier, bis wir fertig sind. Ich bin jetzt fertig, sagte ich zu ihr. Läufst du wieder weg? Fragte sie. Was wirst du tun? Wirst du Makana im Stich lassen? Zurück nach Alaska ziehen? Warum versuchst du es diesmal nicht in Sibirien? Setz dich hin und hör auf, mir Recht zu geben. Deine Lösung für Probleme ist, dich aus dem Staub zu machen. Das wird dieses Mal nicht funktionieren. Du bist nicht der Typ, Mann, der seine Tochter im Stich lässt. Hast du nicht versprochen, morgen mit ihr angeln zu gehen? Ich fühlte mich unglaublich erschöpft. Ich ging zurück und setzte mich. Sie hatte mich hier in der Falle. Ich frage noch einmal. Was willst du von mir, Ripley? Ich bin hier, kein, sagte sie. Ich bin genau hier. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Das habe ich immer. Ich glaube, du liebst mich. Ich bitte dich um eine Chance. Das ist alles, was ich will. Nur eine Chance. Ich bitte dich, mich beweisen zu lassen, dass ich erwachsen geworden bin. Geh mit Makana angeln. Ich weiß, dass du das liebst und ich bin sicher, dass sie es auch lieben wird. Lerne sie kennen. Verliebe dich in sie. Sie wird dein Leben wieder zu etwas Besonderem machen. Bei diesem Gedanken musste ich lächeln. Da bin ich mir sicher. Das will ich, Ripley. War's das? Nein, du weißt, dass das nicht alles ist, sagte sie. Ich mache hier den ersten Schritt, weil ich alles vermasselt habe. Ich lade dich ein. Am Dienstagabend habe ich eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Ich möchte, dass du mich dahin mitnimmst. Und danach möchte ich, dass du mit mir tanzen gehst. Nicht zu spät, weil wir Makana abholen müssen. Deine Eltern haben zugestimmt, sie zu behalten. Dann möchte ich, dass du uns die Nacht in deinem Haus verbringen lässt. Wir werden in deinem Gästezimmer bleiben. Ich werde morgens Frühstück machen. Machst du das? Ich dachte eine Minute lang nach. Ich habe eine Bedingung, sagte ich. Sie schaute mich zweifelnd an. Was? Ich koche das Frühstück, sagte ich. Sie lachte und das war für mich wie ein alter Nervenkitzel. Vielleicht ist das besser, sagte sie. Ich kann jetzt kochen. Ich muss ein Baby füttern. Ich musste es lernen. Und was jetzt? Fragte ich. Wirst du mich hier als Geisel festhalten? Ja, sagte sie. Ich habe Lust zu schwimmen. Hast du Lust dazu? Ich habe meine Badehose vergessen, sagte ich. Du hast nicht erwähnt, dass wir eine Bootstour machen. Erinnerst du dich daran, als du mich am Labor Day, dem ersten Jahr unserer Ehe zum Kanufahren mitgenommen hast? Fragte sie. Ich erinnerte mich daran. Es war ziemlich unvergesslich. Wir hatten an einer Kiesbank zum Mittagessen angehalten. Sie hatte sich ausgezogen und mich ins Wasser gelockt. Am Ende liebten wir uns, zuerst auf der Decke und dann mit ihr über das Kanu gebeugt, das wir am Ufer auf den Kopf gestellt hatten. Ripley, ich glaube nicht, begann ich. Sie stand auf und begann langsam, ihre Bluse aufzuknöpfen. Meine Kehle war trocken und ich nahm einen Schluck aus meiner Wasserflasche. Sie zog die Enden ihrer Bluse auseinander und diese phänomenalen Brüste wurden in ihrer ganzen Pracht sichtbar. Ich hatte recht, sie trug kein BH. Sie waren genauso appetitlich wie beim letzten Mal, als ich sie gesehen hatte. Ich glaube sogar noch mehr. Sie sahen größer aus. Es waren immer noch perfekt geformte Kugeln, die hoch und stolz auf ihrer Brust saßen. Die Sommersprossen, an die ich mich so gut erinnerte, waren über die Oberseiten verstreut und verblassten zu einem transparenten Cremeweiß. Ich leckte mir die Lippen und sie lachte und sandte Wellen durch die schweren Bollen. Ich sehe, du magst sie immer noch, sagte sie und blickte auf den wachsenden Knoten in meiner Hose. Sie scherzte natürlich. Ripley strahlt eine Sinnlichkeit aus, die man nicht beschreiben kann. Alles an ihr schreit förmlich in Nähe und Buchstaben nach Sinnlichkeit. Sie ist wunderschön, aber das ist es nicht. Sie hat die Fähigkeit, Männer zu Narren zu machen. Wir sind sowieso ziemlich dumm, wenn es um Frauen geht, aber Ripley ist eine Klasse für sich. Das erste Mal gingen wir an ihrem 18. Geburtstag aus. Ich nahm sie zum Tanzen mit und schenkte ihr den Jadepfeil. Sie bewegt sich wie eine Katze, geschmeidig, gewunden, gleitend, während sich ihr Gewicht verlagert. Einmal stand sie auf und tanzte für mich, einfach nur neben unserer Sitzecke stehend. Zwei Männer gingen etwa 1,5 Meter von der Stelle entfernt, an der sie tanzte, vorbei. Sie hatten sie beide gesehen, als sie etwa 6 Meter entfernt waren. Sie konnten ihre Augen nicht von ihr abwenden. Sie gingen aufeinander zu, so hypnotisiert von Ripleys Tanz, dass sie zusammenstießen und beide auf dem Boden landeten. Das ist die Wirkung, die sie hat, und das mit ihrer Kleidung an. Während unserer gesamten Beziehung und auch danach fragten mich Freunde, Fremde und Leute an der Tankstelle, wer sie sei. Wenn sie erfuhren, dass sie meine Freundin oder Frau war, stellten sie unangemessene Fragen oder machten dumme Bemerkungen. Ist sie so gut, wie sie aussieht? Du vögelst sie. Verdammt, Alter, wie hast du sie gekriegt? Es hörte nie auf. Zuerst war ich beleidigt und sagte ihnen, sie sollten die Klappe halten. Nach dem tausendsten Mal ignorierte ich sie einfach. Ich hätte jeden Tag meines Lebens Streit gehabt, wenn ich es nicht einfach abgetan hätte. Das Erstaunliche war, dass es ihr völlig egal war. Sicher sie wusste, welche Wirkung sie hatte, aber es war ihr nicht besonders wichtig. Dieser üppige Körper versprach so viel und war so aufregend. Aber ich war derjenige, der ihn auspacken durfte. Die neue Verzierung in ihrem Bauchnabel schien mir zu sagen, dass sich das geändert hatte. Das erste Mal, als wir uns liebten, war für mich eine spirituelle Erfahrung. Ihre Berührung war wie aus einer anderen Welt. Sie war weich wie ein Kätzchen, aber hart im Nehmen. Sie trainierte wie eine Besessene und das sah man. Sie fing langsam an. Sie liebte das Vorspiel, aber Sex war für sie ein wenig schmerzhaft, die ersten paar Male. Sie war so eng und so unglaublich exotisch, dass ich ihr leider keine Zeit ließ, sich wirklich darauf einzulassen. Beim dritten Mal wusste ich, dass es kommen würde, und ich wurde schon unter der Dusche vor unserem Date hart. Nur weil ich daran dachte, mich vor unserem Date unter der Dusche selbst zu befriedigen, linderte die Aufregung ein wenig, und ich brachte sie zweimal mit meinem Mund zum Orgasmus, bevor ich in all diese Enge und Hitze glitt. Sie war bereit, triefend nass und vor Erregung gerötet. Ihr Gesicht zeigte den erschlaften Ausdruck anhaltender sexueller Erregung. Ich streichelte sie zuerst langsam und brachte sie dann zum Kochen. Als sie ihren Höhepunkt erreichte, verlangsamte ich mich und ließ sie noch lange Minuten dort verweilen, bevor ich in sie eindrang, sie über die Kante brachte und sie vor Ekstase schrie, kam, sich wand und sich an mich klammerte, während ich in sie hineinstieß. Sie schaute nie zurück, wurde zu einer dynamischen, aggressiven Liebhaberin, die den Sex genauso oft einleitete wie ich, das volle Versprechen dieses üppigen Körpers einlöste, und zu einer Sexpartnerin wurde, die sich die meisten Menschen nur schwer vorstellen können. Ich schüttelte den Kopf, um diese Erinnerungen loszuwerden. Ich musste das in Keim ersticken. Ripley, sagte ich, behalte deine Klamotten an. Sie schaute mich verwirrt an. Was? Warum? fragte sie. Du hast mich noch nie abgewiesen. Ripley, das ist zu wichtig. McKenna ist zu wichtig. Das ist eine ernste Angelegenheit, das wird nicht zwischen den Laken gelöst. Sex war nie unser Problem. Zumindest nicht, soweit ich weiß, sagte ich. Ja. Du bist verdammt sexy. Das weißt du. Ich würde dich am liebsten einfach nehmen und mit dir in Erinnerungen schwelgen. Das wäre verdammt gut, aber wenn es vorbei wäre, wäre ich immer noch sauer auf dich, weil du mich verlassen hast, und du wärst immer noch sauer auf mich, weil ich es nicht einfach hingenommen habe. Sie sah nachdenklich aus und begann dann, ihr Hemd zuzuknöpfen. Du hast recht. Kein. Ich hätte nicht versuchen sollen, dich so zu manipulieren. Aber was sollen wir tun? Sag du es mir, denn ich habe keine Ahnung. Sagte ich. Sie saß da und war für lange Minuten in Gedanken versunken. Ich stand auf und holte uns beiden ein Bier. Sie lehnte sich gegen ein Bootskissen und sah aus wie ein feuerhaariger Engel. Gott, sie war so schön, dass es mir in der Seele wehtat. Ihr Kinn lag in ihren Händen, und sie hatte denselben Ausdruck im Gesicht wie die Statue. Der Denker. Von Zeit zu Zeit warf sie mir einen Blick zu und lehnte sich dann wieder zurück. Als erstes werden wir McKenna aus der Gleichung entfernen, sagte sie schließlich. Entfernen? Was soll das heißen? Nein. Diese Aussage machte mich mehr betroffen, als ich es für möglich gehalten hätte. Du wirst mich sie nicht sehen lassen. Ein Ausdruck des Entsetzens huschte über ihr Gesicht. Nein. Nein. Kein. Das ist es überhaupt nicht. Das darfst du nie denken. Keine. Was ich meinte war, dass es mir sehr leid tut, dass ich sie zu einem Teil von uns gemacht habe. Das hätte ich nie tun dürfen. Ich verstehe. Sagte ich. Nein. Sie sollte zu nichts anderem gehören, als geliebt zu werden und alles zu bekommen, was eine liebevolle Mutter und ein liebevoller Vater ihr geben können. Sie nickte. Ja. Das meinte ich. Ich wollte sie eigentlich gar nicht mit hineinziehen, aber ich musste etwas tun, damit du mit mir sprichst. Sie dachte einen Moment nach. Da ist noch etwas. Es tut mir nicht leid, dass ich neulich einfach so in deine Wohnung gestürmt bin, aber es tut mir leid, dass ich so getan habe, als würde mir die Wohnung gehören. Du weißt schon, dein Bier zu trinken und deine Pizza zu essen. Das war nicht richtig. Aber ich war einfach so glücklich, endlich bei dir in deinem Haus zu sein, dass ich fast schwindelig wurde. Kannst du das verstehen? Ich konnte es. Ich breitete meine Arme aus und winkte sie zu mir. Sie lächelte wehmütig und kroch zu mir rüber, um sich zwischen meine gespreizten Beine auf der Terrasse zu setzen. Sie lehnte sich an mich und ich schloss sie in meine Arme. Es fühlte sich so richtig und so gut an, dass ich für immer so bleiben wollte. Gehst du mit mir zu der Wohltätigkeitsveranstaltung? Fragte sie. Nun, mein Terminkalender ist nicht gerade überfüllt, lachte ich. Klar, Ripley, ich komme gerne mit. Wir saßen da, unterhielten uns leise und tranken unser Bier aus. Ich hatte vergessen, wie gut es sich anfühlte, einfach nur bei ihr zu sitzen und zu reden. Es gab etwas, das ich sie fragen wollte. Und endlich wusste ich, wie. Ripley, weißt du noch, wie Lucy Charlie Brown jeden Herbst sagt, er solle losrennen und den Football kicken, während sie ihn für ihn hält. Sie lachte und unterbrach mich. Also reißt sie ihn jedes Jahr weg und er landet auf dem Hintern. Ja, und im nächsten Jahr sagt sie ihm, warum es nicht wie letztes Jahr sein wird. Und dann ist es doch so. Wir kicherten zusammen und dann sah sie mich ernst an. Du fragst dich, ob du mir vertrauen kannst, dass ich dir den Football nicht wieder wegnehme, oder? Ja, Ripley, nur ist es etwas wichtiger als ein Football. Ripley war in Gedanken versunken. Das war neu, dachte ich. Die Ripley, an die ich mich erinnerte, hätte das erste verdammte Dummchen gesagt, dass sie in den Sinn kam und später versucht, es in Ordnung zu bringen. Schließlich sprach sie, werde ich dich aus irgendeinem dummen Grund wieder verlassen. Die kurze Antwort lautet, das habe ich schon hinter mir und dafür viel zu viel bezahlt. Ich habe vier Jahre ohne dich verbracht und Makana drei Jahre ohne ihren Vater. Die wahre Antwort lautet, du wirst es nicht wissen. Genauso wenig, wie ich wissen werde, dass du nicht wieder wegläufst, wenn ich etwas Dummes tue. Es gibt keine Garantien. Ich wünschte, es gäbe welche. Gäbe welche. Keine. Ich bitte dich nicht, mit mir zusammen zu leben oder mich wieder zu heiraten. Ich bitte dich um eine Chance. Ich bin erfolgreich in meiner Karriere, ich habe all die Spielsachen der Reichen, aber trotz all dem denke ich, dass das, was du und ich und Makana zusammen haben könnten, das Beste in meinem Leben wäre. Wir dachten eine Weile darüber nach, dann wurden wir ein wenig von dem eingeholt, was in unserem Leben vor sich ging, und es war wie bei zwei alten Freunden, die sich eine Weile nicht gesehen haben. Es gab peinliche Stille, aber nicht oft und ich glaube, wir fühlten uns beide besser, als die Sonne unterging. Sie stand auf, streckte sich und sah aus wie eine Raubkatze. Ich lockerte meine steifen Beine und sie umarmte mich. Okay, jetzt, da das geklärt ist, lass uns zurückfahren. Ich muss mich für einen Angelausflug fertig machen. Ich machte das Boot los. Ripley startete es und wir fuhren mit dem Motor zurück zum Steg. Am Sonntag brachte Ripley Makana nach Hause und ich nahm sie zum Angeln mit. Sie war noch nicht so weit, dass sie die Art von Angeln ausüben konnte, die ich gerne mache, nämlich das Fliegenfischen auf Forellen. Aber ich kannte einen kleinen Bach im Nationalwald, der voller Sonnenbarsche ist. Ich stattete sie mit ihrer Angelausrüstung aus und sie tanzte jedes Mal vor Freude, wenn sie einen fetten Sonnenbarsch, einen Schwarzbarsch oder einen Sonnenbarsch an Land zog. Als sie den ersten einholte, fragte ich sie, was sie damit machen wolle. Es war ein winziger Sonnenbarsch mit leuchtenden Farben in Orange und Blau. Können wir ihn in einem Goldfischglas halten? Fragte sie. Wir könnten ihn in einem Aquarium halten, sagte ich. Dort sind sie aber nicht sehr glücklich. Was könnten wir sonst tun? Fragte sie. Wir könnten ihn freilassen, sagte ich. Wenn wir größere fangen, könnten wir sie essen. Darüber musste sie eine Weile nachdenken. Diesen hier freilassen und die großen essen, entschied sie schließlich. Das taten wir dann auch. Wir hörten lange genug mit dem Angeln auf, um ein kleines Feuer zu machen und Hot Dogs und Marshmallow für das Mittagessen zu grillen. Als wir am Bach ankamen, hatte sie mein Herz bereits erobert. Bis zum Mittagessen war ich ihr Sklave. Und als wir einen großen Fisch war mit Bratenfisch zurück zu meinem Auto trugen, wusste ich, dass sich mein Leben für immer verändert hatte. Dafür war ich geboren worden, um Makanas Vater zu sein. Auf dem Heimweg schlief sie in ihrem kleinen Autositz ein. Und jedes Mal, wenn ich diesen schlafenden kleinen Engel ansah, wurden meine Augen feucht. Als wir zurückkamen, war Atlas ganz auf uns fixiert. Ich weiß nicht, ob es an uns lag oder an dem Fischgeruch, für den er sich mehr interessierte. Während Makana mit Atlas spielte, säuberte ich einen Teil des Fisches, dämpfte etwas Gemüse und briet den Fisch. Makana war anfangs etwas unsicher, was den Fisch anging, aber dann war sie fasziniert von der Idee, selbst gefangene Nahrung zu essen, probierte ihn und fand ihn wirklich lecker. Natürlich hat ihr der Eisbecher, den wir zum Nachtisch hatten, wahrscheinlich besser geschmeckt, aber sie war ja auch erst drei. Ripley hatte ihr eine kleine Tasche gepackt, damit sie über Nacht bleiben konnte, aber sie fragte, ob ihre Mama auch bleiben könne. Ich konnte diesem kleinen Engel unmöglich etwas abschlagen, also rief ich Ripley an und lud sie ein, zu uns zu kommen und die Nacht bei uns zu verbringen. Bevor sie sich zu große Hoffnungen machte, machte ich ihr aber klar, dass sie bei Makana schlafen würde, nicht bei mir. Beim Frühstück erinnerte sie mich daran, dass ich sie zu der Wohltätigkeitsveranstaltung begleiten sollte, und ich sagte ihr, dass ich mich bereits verpflichtet hätte. Am Dienstag holte ich sie ab und spürte sofort, wie all meine Widerstände ihr gegenüber dahinschmolzen. Sie war umwerfend, ihr rotes Haar war mit einer einzigen Schleife im Nacken zusammengebunden und fiel dann frei über ihren nackten Rücken. Sie trug ein schlichtes Neckholder-Kleid mit einem tiefen V-Ausschnitt, der ihr großzügiges Dekolleté zur Schau stellte. Ich schwöre, wenn der Rückenausschnitt noch tiefer gewesen wäre, hätte man die sexy Geheimnisse darunter sehen können. Der Rock war knielang, locker und fließend. Als ich von der Garderobe zurückkam, huschte sie bereits von einer Gruppe zur nächsten. Ich hätte genauso gut unsichtbar sein können, denn meine Anwesenheit schien keine Rolle zu spielen. Ich fühlte mich wie der vergessene Mann. Sie holte mich für den ersten Tanz ab und meine Stimmung stieg, als ich diese Schönheit in meinen Armen hielt. Als wir zu unserem Tisch zurückkehrten, wurde sie sofort wieder zum Tanz aufgefordert. Den Rest des Abends sah ich sie nur aus der Ferne, wie sie mit potenziellen Spendern plauderte und mit der gesellschaftlichen Elite tratschte. Ich wurde von Minute zu Minute frustrierter und ohnmächtiger. Schließlich hatte ich genug. Ich ging zu ihr hinüber, wo sie gerade mit einem weiteren potenziellen Spender plauderte, nahm sie am Ellbogen und führte sie in eine Ecke, wo wir einigermaßen ungestört sein würden. Was zum Teufel glaubst du, was du da tust, kein? Flüsterte sie wütend. Du hast mich da draußen bloß gestellt. Das war ein wichtiger Spender, mit dem ich gesprochen habe. Was bin ich gehackte Leber? Fragte ich. Du bist derjenige, der mich hier haben wollte. Ich wollte nicht einmal kommen und jetzt wünschte ich, ich hätte es nicht getan. Wir können dieses Gespräch nicht hier führen, sagte sie. Komm mit mir. Sie zerrte mich durch eine Seitentür in einen kleinen Park. Was ist los mit dir, Cain? Du benimmst dich wie ein Kind. Na und wenn schon. Du bist diejenige, die mich zurückhaben will. Du bist diejenige, die mich zu dieser albernen Sache geschleppt hat. Ich würde denken, dass meine Gefühle wichtiger sind. Gott, bist du egoistisch. Ich versuche hier Geld für kranke Kinder zu sammeln und du schmolzt, weil ich nicht genug Händchen halte. Ja, natürlich, es geht immer nur um dich. Zuerst musstest du dich selbst finden und jetzt musst du die Kinder retten. Was kommt als nächstes? Die Welpen retten. Sie seufzte. Keine. Du bist doch kein Hinterwäldler. Du weißt, wie das läuft. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sich all diese Leute mit viel Geld gut fühlen und dass sie sich für das Kinderkrankenhaus einsetzen, damit sie mehr Geld spenden. Das weißt du doch alles. Ich versuche so effizient wie möglich zu sein, damit wir hier rauskommen und tanzen gehen können. Und du schmolzt immer noch wegen dem, was vor vier Jahren passiert ist. Warum wirst du nicht endlich erwachsen? Das brachte das Fass zum Überlaufen. Ich holte nicht einmal meinen Mantel, sondern drehte mich einfach um und ging zu meinem Auto zurück, um nach Hause zu fahren, ohne auf ihre Rufe zu warten. Zu warten. Ich war noch keine Stunde zu Hause, als ich hörte, wie ein Taxi vorfuhr und sie an meine Tür klopfte. Keine. Mach auf. Du hast deinen Mantel vergessen. Verdammt. Ich schätze, ich muss sie reinlassen. Kaum hatte ich die Tür geöffnet, kam sie herein wie eine Naturgewalt und warf meinen Mantel auf den nächsten Stuhl. Du bist so ein Idiot. Rief sie aus. Hast du eine Ahnung, wie peinlich es für mich war, mir eine lahme Ausrede einfallen zu lassen, warum ich so plötzlich gehen musste? Ich bin sicher, dass sie das bis zur nächsten Spendenaktion vergessen haben werden. Gerr, du bist einfach hoffnungslos, sagte sie. Komm schon, du musst mich nach Hause bringen. Ich griff nach meinen Schlüsseln und fuhr sie in eisigem Schweigen nach Hause. Als wir in ihre Einfahrt einbogen, fragte ich, wenn ich so schlimm bin, warum bemühst du dich dann so sehr, mich zurückzugewinnen? Warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Sie antwortete nicht, als sie aus dem Auto stieg, aber dann drehte sie sich um und beugte sich ins Auto. Weil ich dich liebe, du Idiot, sagte sie, schlug die Tür zu und stürmte in ihr Haus. Ich saß nur ein paar Minuten lang fassungslos da, bevor ich kopfschüttelnd nach Hause ging. Ich meine, wer sagt schon, ich liebe dich, du Idiot. Als ich nach Hause kam und mich fürs Bett auszog, fand ich die Garderobenscheine für unsere beiden Mäntel in meiner Tasche. Wie hatte sie es geschafft, dass die Garderobenfrau ihr unsere beiden Mäntel gab? Ich schätze, dass es etwas bedeutet, eine Berühmtheit zu sein, aber warum brachte sie dann meinen mit zu mir nach Hause? Warum behielt sie ihn nicht einfach bis zu unserem nächsten Treffen? Es ergab keinen Sinn, dass sie ein Taxi zu mir nach Hause nahm, nur um mich einen Idioten zu nennen. Ich dachte über das nach, was sie gesagt hatte. Vielleicht wollte sie wirklich effizient sein. Wenn ich sie begleitet hätte, hätte sie mich den Leuten vorstellen müssen, mit denen sie sich unterhielt. Das hätte Zeit gekostet und wäre auch unangenehm gewesen. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr dachte ich, dass sie vielleicht recht hatte. Ich hatte mich wie ein Idiot verhalten. Ich sollte sie wirklich anrufen und mich entschuldigen. Am nächsten Morgen war ich bereit, sie anzurufen, als mir auffiel, dass ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Ich war es einfach nicht gewohnt, mich zu entschuldigen. Ich meine, ich hätte einfach sagen können. Hallo. Hier ist der Idiot, was sie vielleicht zum Lachen gebracht hätte. Aber was hätte ich danach sagen sollen? Was es noch schlimmer machte, war, dass Ripley sich in der letzten Woche mehrmals bei mir entschuldigt hatte. Es war, als wüsste sie, wie es geht, und ich nicht. Das machte mich noch nervöser, also zögerte ich herum und rief nicht an. Es half nicht, dass sie die Liste der Top-Spender für das Kinderkrankenhaus in der Zeitung veröffentlichten und ganz oben auf der Liste stand. Frau Ripley O'Keefe Wir sprachen erst am Freitagmorgen wieder miteinander, um Makenas zweiten Besuch zu planen. Dieses Mal blieb Ripley nicht über Nacht. Makenar war aufgeregt und ich war nervös. Ripley brachte Makenar hin und wegrannte sie los, um Atlas zu suchen. Hier sind die DNA-Ergebnisse, kein, sagte sie. Wie Sie sehen können, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 99,9 Prozent, dass sie der Vater sind. Ich warf nur einen flüchtigen Blick darauf. Ich wusste es bereits, ich konnte die Verbindung zwischen uns spüren. Es gab etwas Wichtigeres, das ich sagen musste. Ich wusste, dass ich es wahrscheinlich falsch machen würde. Aber ich musste es versuchen. Ripley Ähm, wegen Dienstagabend. Ich konnte sehen, wie sich ihr Gesicht verhärtete. Aber ich starrte auf den Boden und blieb hartnäckig. Ich nun ja? Du hattest recht. Ich hab mich wie ein Idiot verhalten. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich hab dir nicht zu sehr die Tour vermasselt. Ich stand da und starrte auf den Boden. Ripley ließ mich ausreden. Als ich endlich den Blick hob, um sie anzusehen, hatte sie diesen warmen Ausdruck im Gesicht und ein sanftes Lächeln. Ich schmolz fast dahin. Danke. Kein. Das weiß ich zu schätzen. Ihre Hand streckte sich aus und streichelte meine Wange. Es war auch teilweise meine Schuld. Ich hätte dir vorher sagen sollen, worauf du dich einlässt. Ich schätze, ich erkläre dir die Dinge immer noch nicht sehr gut. Ich werde daran arbeiten. Wir trafen Vorkehrungen, damit ich Makana absetzen konnte. Und Ripley ging. Nachdem ich Makana von Atlas losgerissen hatte, wusch ich sie ab und fragte sie, was sie zum Abend essen wollte. Dämliche Frage. Pizza. Ich weiß immer noch nicht genau, warum, aber ich nahm sie mit ins Tisella. Ich war nicht wirklich aufmerksam, als ich unsere Bestellung bezahlte und als ich mich zum Gehen umdrehte. War ich fassungslos, als ich Ripley sah, die sich angeregt mit einem fremden Mann unterhielt, der ihre beiden Hände hielt. Ich war kurz davor, zu explodieren, aber Makana spürte, dass etwas nicht stimmte und zog mich mit einem besorgten Gesichtsausdruck an der Hand. Was ist los, Kain? Fragte sie. Ich beruhigte mich schnell und brachte sie zu meinem Auto. Sie war immer noch aufgebracht und es dauerte ein paar Minuten, bis ich sie beruhigt hatte. Zum Glück fragte sie mich nicht noch einmal, warum ich verärgert war und sie und Ripley sahen sich nicht, aber in mir brodelte es immer noch. Sie hatte mich fast davon überzeugt, dass sie wirklich wieder mit mir zusammen sein wollte und dann ist sie bei der ersten Gelegenheit mit einem anderen Typen ausgegangen. Wir kamen nach Hause und aßen unsere Pizza, Makana trug ihre fast die ganze Zeit und ich musste darauf achten, dass sie Atlas nicht zu viel gab. Wir waren beide müde und gingen früh ins Bett, aber ich konnte nicht einschlafen. Ich war immer noch so aufgewühlt von dem, was ich gesehen hatte und war gerade dabei, Ripley zu sagen, sie solle einfach alles vergessen, als ich kleine Füße schlurfen hörte. Kein, sagte sie, kein, ich kann nicht schlafen, kann ich bei dir schlafen. Natürlich kannst du das, mein Schatz, sagte ich, beugte mich zu ihr hinunter und hob sie hoch. Ich war froh, dass ich mich entschieden hatte, im Schlafanzug ins Bett zu gehen. Makana schlief schnell ein, ihr sanftes Schnarchen wurde von Atlas Schnarchen leicht übertönt. Das Letzte, was sie zu mir sagte, machte mich endgültig zu ihrem Sklaven. Kurz bevor sie einschlief, flüsterte sie, ich liebe dich, Daddy. Als Ripley Makana am nächsten Morgen abholte, hatte ich ihr nicht viel zu sagen. Ich fragte, ob ich sie am nächsten Samstag haben könnte und Ripley stimmte zu. Sie sah enttäuscht aus, als ich sie nicht bat, zum Frühstück zu bleiben, aber sie sagte nichts dazu. Die Woche verging wie im Flug und ich konnte es kaum erwarten, Makana wiederzusehen. Diesmal holte ich sie ab. Wir wollten zum Angeln und für ein Picknick an den White River Farm. Und Atlas sollte mitkommen. Wir machten es uns unter einer riesigen Eiche bequem. Makana und Atlas spielten fröhlich am Ufer und die riesigen Forellen warteten. Ich wartete etwa knietief ins Wasser und begann mit dem falschen Auswerfen, wobei ich nur etwas Schnur auf das Wasser legte. Ich fischte seit etwa 20 Minuten und unterhielt mich mit Makana, die am Ufer planchte. Unter der Wasseroberfläche befand sich ein versunkener Baumstamm und dahinter eine tiefe Wassertasche. Ich machte den perfekten Wurf und ließ die Fliege über den Baumstamm schweben. Es gab einen Ausbruch und ein riesiger Braunbarschbiss an der Fliege an. Ich setzte den Haken. Nichts. Jetzt war ich auf der Jagd. Ich muss noch 100 weitere Würfe gemacht haben, um diesem Monster noch einen Biss zu entlocken. Es war eine einmalige Chance. Der riesige Fisch war erledigt. Ich machte mich bereit, flussaufwärts zu gehen und rief nach Makana. Sie antwortete nicht. Ich erinnerte mich daran, dass ich schon eine Weile nichts mehr gehört hatte. Ich war zu sehr damit beschäftigt gewesen, mich auf den Monsterfisch zu konzentrieren. Ich drehte mich um und es gab kein Anzeichen von ihr oder Atlas. Ich eilte zum Ufer. Makana. Rief ich. Wo bist du, Baby? Nichts. Es gab eine Reihe von hohem Rutenhirse, fast so hoch wie mein Kopf, die das Ufer etwa 20 Meter vom Wasser entfernt säumte. Dahinter erstreckte sich ein tiefer und dichter Wald, der sich über wer weiß, wie viele Meilen in die Ferne erstreckte. Ich fand einen Pfad durch das Rutenhirsegras und ein kleines Spider-Man-Spielzeug, das in einer Schlampfütze auf dem Pfad lag. Es gehörte Makana. Weiter vorne sah ich einen Fußabdruck von ihren kleinen Turnschuhen und einen von Atlas. Ich warf meine Angelrute ins Gras, streifte meine Warthose ab und rannte los. Ich suchte verzweifelt und rief sowohl nach ihr als auch nach Atlas, bis ich zusammenbrach. Panik erfüllte mich, als ich an diesen kleinen Engel dachte, der hier draußen im Wald verloren war. Ich rief, bis meine Stimme heiser war und versagte. Als ich schließlich vor Erschöpfung zusammenbrach, begann ich wieder rational zu denken. Ich zog mein Handy heraus. Na toll, kein Netz. Ich kämpfte mich durch das Gebüsch und das Gras zurück und rannte zum Wagen. Ich fuhr auf die Hügelkuppe und war erleichtert, endlich zwei Balken zu sehen. Ich rief die Polizeistation an und berichtete, was passiert war. Sie versprachen, sofort einen Suchtrupp zu schicken. Dann musste ich den schwierigsten Anruf meines Lebens tätigen. Ich musste Ripley anrufen und ihr sagen, dass ich unsere Tochter verloren hatte. Ich fühlte mich elend. Ich brauchte fünf Minuten, um meinen Mut zusammenzunehmen. Als sie abnahm, platzte es einfach aus mir heraus. Ripley, ich brauch dich. Ich war beim Angeln und hab nicht aufgepasst. McKenna und Atlas sind weggelaufen und sie sind... Ich, ich habe sie verloren, Ripley. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich bin so ein Idiot und Trottel. Kein, hör auf, sagte sie. Ruf das Büro des Sheriffs an. Das habe ich bereits getan, brachte ich kaum heraus. Ich weinte wie ein Baby. Ich hatte mein Baby verloren. Nun, dann geh und suche nach ihr, sagte Ripley. Ich komme so schnell wie möglich nach. Ich fuhr zurück zu dem Parkplatz, auf dem wir geparkt hatten, in der Hoffnung, dort eine kleine Puppe zu sehen, die dort mit einem riesigen schwarzen Hund auf mich wartete. Als ich den leeren Parkplatz sah, sank mir das Herz. Ich rannte wieder verzweifelt durch den Wald, rief ihre Namen und suchte überall, wo ich nur suchen konnte. Ich war kurz davor, erneut zusammenzubrechen, als ich das Geräusch eines sich nähernden Hubschraubers hörte. Ich rannte zurück zum Parkplatz und kam gerade rechtzeitig an, um zu sehen, wie fünf Männer aus dem Hubschrauber sprangen. Ich erzählte ihnen, was passiert war und fühlte mich wie der größte Idiot der Welt. Nein, schlimmer als das, wie ein rücksichtsloses Monster, das seine Tochter verloren hatte, weil er angeln war. Ich konnte die Verachtung in ihren Augen sehen. Sie baten mich, auf dem Parkplatz zu bleiben, falls sie zurückkäme, und verschwanden schnell im Wald, als der Hubschrauber abhob. Ich stand hilflos da, meine Tränen liefen mir wahrscheinlich zehn Minuten lang über die Wangen, und ich sah Ripleys Mercedes den Hügel hinunterkommen. Ich rannte zum Auto, sobald sie anhielt, und riss machtlos an der Türklinke, bis sie sie aufschloss und auszusteigen begann. Ripley, es tut mir so leid, begann ich. Ich bin so ein Idiot, ich habe einfach nicht aufgepasst. Sie unterbrach mich, das ist jetzt alles egal. Cain, lass uns unsere Tochter suchen. Wo hast du sie zuletzt gesehen? Ich nahm sie mit zum Pfad durch das hohe Gras und rannte mit ihr, bis sie mir sagte, ich solle anhalten. Wir rennen nichts, sagte sie. Lass uns langsam gehen und nach Anzeichen Ausschau halten. Wir gingen weiter, parallel zum hohen Gras, und hielten überall nach Hinweisen Ausschau. Ich hielt die Spider-Man-Figur in meiner Hand fest. Schließlich kamen wir zu einer kleinen Quelle, die zwischen mit Rutenhirse bewachsenen Ufern zum Fluss hinunterfloss. Wir gingen den Fluss hinauf und kletterten etwa eine halbe Meile lang stetig bergauf. Wir befanden uns in einem dichten Wald, aber es gab einen Weg. Vor uns lag ein kleiner steilerer Anstieg, eine Art Lichtung, und die Rutenhirse war in die Wiese eingedrungen. Als wir aus dem Wald kamen, stieß ich einen heiseren Schrei aus. Atlas lag im Gras und McKenna lag glücklich häschelnd und schlafend da, mit dem Kopf auf seiner warmen Seite. Ich rannte zu ihnen und mir wurde schwindelig. Ich fiel auf die Knie und nahm ihre winzige Gestalt in meine Arme. Sie regte sich und wachte auf, kuschelte sich an meine Brust. Ihre Augen öffneten sich und ihr indigo-blaues Blick schweifte zu mir. Sie sprang auf, als sie mein Gesicht sah. Was ist los, Daddy? fragte sie. Ich konnte nicht sprechen. Warum weinst du, Kain? fragte sie, berührte meine Wange und wischte eine Träne weg. Ich dachte, ich hätte dich verloren, Baby. Krächzte ich. Ich konnte dich nirgendwo finden. Ich, oh Gott, ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich liebe dich so sehr. McKenna, es würde mich umbringen, wenn dir etwas zustoßen würde. Ich spürte Ripleys Hand auf meiner Schulter. Ich schaute zu ihr auf und Tränen liefen ihr über die Wangen. Ist schon gut, Daddy. McKenna erregte wieder meine Aufmerksamkeit. Ich und Atlas haben gespielt und ich bin müde geworden. Wir haben etwas von dem Wasser getrunken und uns nur eine Minute ausgeruht. Du bist nicht böse auf mich, oder? Nein, Baby. Nein, versicherte ich ihr. Ich kann nie böse auf dich sein. Ich bin böse auf mich selbst, weil ich nicht besser auf dich aufgepasst habe. Das werde ich nie wieder tun. Mir geht es gut, sagte sie. Ich bin nur ein bisschen müde. Können wir jetzt unser Picknick essen? Natürlich, sagte ich. Kann deine Mutter bleiben und mit uns essen? Sie war begeistert, dass Ripleys bleiben durfte. Ich rief das Büro des Sheriffs an und sie beendeten die Suche. Ohne Zweifel würde ich für dieses kleine Fiasko eine saftige Rechnung bezahlen müssen. Das war mir egal, ich würde alles geben, um McKenna sicher und gesund zurückzubekommen. Ich trug McKenna zurück zu unserer Eiche und sie war wieder eingeschlafen, als wir dort ankamen. Ich setzte mich mit dem Rücken gegen den Baum, hielt sie einfach nur fest und wollte sie nie wieder loslassen. Ripley saß auf der Decke vor mir, die unglaublich langen Beine übereinander geschlagen, sodass ich ab und zu einen Blick auf ihr mehrgrünes Höschen erhaschen konnte. Meine Gedanken rasten vor allem darüber, was für ein Idiot ich gewesen war, und dieser Anblick machte die Sache nicht gerade einfacher. »Kane, geht es dir gut?« fragte Ripley. »Du meinst, abgesehen davon, dass ich mich wie ein kindischer Idiot fühle.« »Ja, abgesehen davon«, sagte sie mit einem ihrer Lacher. »Hungrig«, unterbrach mich das kleine Bündel Liebe in meinen Armen. Wir lachten und das Schlemmen begann. Wir räumten unser Picknick auf und gingen zu Ripleys Haus. Gemeinsam brachten wir unseren müden kleinen Engel ins Bett und freuten uns über ihr schläfriges Lächeln. Ripley schenkte uns Kaffee ein, und wir setzten uns zum Reden hin. »Ripley, ich muss sagen. Nun, ich meine, ich denke, ich kann es dir sagen.« Seufzt dich und fuhr fort. »Du hast Makenna großartig erzogen. Sie ist einfach perfekt und du warst offensichtlich eine großartige Mutter.« Verdammt, ich hatte vergessen, wie Ripley aussah, wenn ich ihr nette Dinge sagte. Das Strahlen in ihrem Gesicht war so hell, dass es ihr Haar blass erscheinen ließ. Das machte es schwieriger, aber ich musste weitermachen. Warum willst du also, dass ich ihr Daddy bin? Du kannst mich nicht in die Öffentlichkeit mitnehmen, ohne dass ich mich wie ein unreifes Arschloch benehme. Wenn du sie bei mir lässt, verliere ich sie im Wald. Ich liebe sie über alles, Ripley, aber ich habe Angst, dass ich... Ich konnte nicht zu Ende sprechen. Ich verbarg mein Gesicht in meinen Händen, als mir wieder die Tränen kamen. Ich spürte Ripleys Hände an meinen Handgelenken. Ich öffnete die Augen. Sie kniete vor mir. Ihre eigenen Augen waren feucht. Cain, du bist ihr Daddy. Du weißt es, ich weiß es und vor allem weiß sie es. Ich musste viel reifen, um Mutter zu werden, aber ich habe es geschafft. Ich musste es. Sie war auf mich angewiesen. Jetzt bist du an der Reihe. Du wirst einige schlechte Momente erleben, wie heute. Das habe ich auch. Aber du wirst etwas haben, was ich nicht hatte. Was? Ich werde immer für dich da sein, so viel du mich lässt. Solange du mich lässt. Ich werde dir helfen, so wie deine Eltern mir geholfen haben. Wir schaffen das gemeinsam. Unsere Blicke trafen sich und wir wollten beide dasselbe. Aber es gab noch etwas anderes, um das wir uns zuerst kümmern mussten. Darf ich dich etwas fragen? Sie stützte die Ellbogen auf die Knie und hielt ihr spitzes kleines Kinn in den Händen. Schieß los, sagte sie. Letzten Samstag hatte ich Makana. Begann ich. Sie wollte Pizza zum Abendessen. Und ich habe im Tessela angerufen, um sie zu bestellen. Ich sah, wie ihre Augen aufleuchteten. Als wir sie abholen wollten, sah ich dich dort mit einem Typen. Ihr habt Händchen gehalten und es sah so aus, als wäre es etwas Ernstes. Wer ist der Rüppli? Ein Idiot, sagte sie. Er heißt Jeff, Jeff Conley. Er ist der Senderchef beim Eagle. Ich war eine Weile mit ihm zusammen. Er war viel ernster als ich. Ich habe Schluss gemacht, nachdem ich dich endlich dazu gebracht hatte, beim ersten Mal am Pool mit mir zu reden. Er war ziemlich sauer darüber und ich habe zugestimmt, mich mit ihm zu treffen und ihm zu sagen, warum es vorbei war. Er hat es nicht gut aufgenommen. Er hielt eure beiden Hände und von dort, wo wir standen, sah es so aus, als würdet ihr ihn gleich küssen, sagte ich. Lügst du mich an, Rüppli? Ihre Augen blitzten gefährlich. Was zum Teufel ist los mit dir, Kain? Spieh sie aus. Nein. Ich wollte ihn nicht küssen. Warum hielt er dann eure beiden Hände, wenn du ihm gesagt hast, dass es vorbei ist? Sie seufzte. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn aussprechen lassen würde. Es würde nichts ändern. Und ich dachte, er würde es schneller hinter sich bringen, wenn ich ihm meine Hände halten lasse. Ich habe ihm gesagt, er solle mich nicht mehr anrufen. Er hat mich praktisch gestorpt. Bist du eifersüchtig? Nun, das brauchst du nicht zu sein. Trägst du immer noch den Diamanten, den er dir geschenkt hat? Maas, wovon in aller Welt redest du? Sie war völlig verwirrt. Der Diamant, den er dir für deinen Bauchnabel geschenkt hat, trägst du den immer noch? Kain, kannst du bitte einmal deinen Kopf aus den Wolken nehmen? Ist dir jemals in den Sinn gekommen, dass ich ihn mir selbst gekauft haben könnte? Ich kann mir solche Dinge leisten, besser als er oder du. Also warum nicht? Ich sah eine Freundin einen tragen, fand ihn cool und kaufte mir einen. Okay, jetzt kam ich mir wirklich dumm vor. Bevor ich etwas sagen konnte, fuhr sie fort. Und dann hast du deinen üblichen Trick angewandt und bist weggelaufen. Wenn du eine Weile geblieben wärst, hättest du gesehen, wie er mir ins Gesicht gespuckt und mich eine blöde Schlampe genannt hat. Du hättest gesehen, wie ich dem Idioten eine Ohrfeige verpasst und dann gegangen bin. Hast du das gesehen, Kain? Nein, habe ich nicht, sagte ich. Ich wollte mal Kanada rausholen, bevor sie dich sieht. Oh, sagte sie. Wir saßen beide da und fühlten uns dumm, dann trafen sich unsere Blicke und wir lachten zusammen. Er hat dich angespuckt. Jesus, Ripley, das ist vielleicht ein Freund. Sie lächelte ironisch. Ja, ich kann sie mir aussuchen, oder? Der Mann, den ich liebe, zieht nach Alaska, um mir zu entkommen. Und dann bekomme ich einen gruseligen Stalker, der mir ins Gesicht spuckt. Es tut mir leid. Ripley, sagte ich. Ich hätte nicht einfach so weglaufen sollen. Ich war verletzt, okay. Sie streckte die Hand aus und fuhr mir mit den Fingern über die Wange, wobei sie ein Feuer hinterließ, das noch lange brannte, nachdem die Berührung vorbei war. Ich weiß, sagte sie leise. Es tut mir leid, dass ich diesen Schmerz verursacht habe, Kain. Ich habe darüber nachgedacht. Ich weiß, ich habe dir gesagt, dass ich es nicht bereue, ausgezogen zu sein, aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Ich weiß nur, dass ich von jetzt an möchte, dass wir alles gemeinsam bewältigen, wenn du mich lässt. Können wir diesen Schmerz überwinden? Ich weiß es nicht, gab ich zu. Willst du es versuchen? Mehr als alles andere, sagte sie. Unser Leben begann, in eine angenehme Routine zu verfallen. Ich hatte Makana am Montag, Mittwoch und Samstag. Wir versuchten, mindestens zweimal pro Woche etwas als Familie zu unternehmen. Wir hatten immer noch unsere Probleme und unangenehme Momente, aber sie wurden immer seltener und lagen immer weiter auseinander. Ripley und ich waren wieder zusammen. Wir waren noch nicht sehr intim geworden. Wir hatten ein paar heiße Knutschereien, aber wir waren noch nicht miteinander ins Bett gegangen. Ich glaube, wir waren beide vorsichtig und wollten uns nicht drängen. Auch nicht gegenseitig. Wir haben uns um den heißen Brei herumgedrückt und ich hatte ständig einen dicken Sack. Ich glaube, wir wussten beide, dass es nur eine Frage der Zeit war, aber wir wollten, dass es genau richtig ist. Ripley hatte samstags frei und wir gingen mit Makana nachmittags in ein Kino im Einkaufszentrum. Wir gingen mit ihr in den Gastronomiebereich, um einen dieser orangefarbenen Smoothies zu trinken und wir saßen an einem Tisch und sahen ihr beim Essen zu. Ich sah, wie Ripley über meine Schulter blickte und sich vorbeugte, um mich anzuzischen. Oh, oh, sagte sie. Jetzt gibt es Ärger. Jeff Conley kommt hierher. Wir standen beide auf und beobachteten, wie er näher kam. Jeff, sagte Ripley. Was machst du hier? Was glaubst du wohl, Schlampe? sagte er. Ich bin hier, um dich und das Balk dorthin zurückzubringen. Wo ihr hingehört. Jeff, sagte Ripley ruhig und langsam. Ich habe dir doch gesagt, dass ich meinen Ex-Mann gefunden habe und versuche, die Dinge zu klären, damit wir wieder zusammenkommen können. Nun, ich sage dir, dass wir nicht durch sind, bis ich sage, dass wir durch sind. Also nimm die kleine Göre und lass uns gehen. Du kannst mich nicht einfach abservieren, wann immer du willst. Ich serviere Frauen ab. Sie servieren mich nicht ab. Er ging auf Ripley zu. Und ich spürte, wie sie sich aufrichtete. Also stellte ich mich zwischen sie. Hören Sie, Mr. Conley, sagte ich zu ihm. Das ist meine Frau und niemand redet so mit ihr. Ich denke, sie sollten sich beruhigen und gehen. Sie und Makanna gehen nirgendwo hin. Sie wollen doch kein Ärger machen. Ärger, höhnte er. Du weißt nicht, was Ärger ist, du Weichhai. Er griff in seine Tasche und holte ein Rasiermesser heraus. Wer trägt heutzutage überhaupt noch ein Rasiermesser bei sich? Bevor ich reagieren konnte, holte er schon zu einem Schlag aus. Und Ripley kam zwischen uns geflogen und erlitt eine böse Schnittwunde am Arm. Sie schrie und sackte zu Boden, während Blut aus ihrem Arm strömte. Ich glaube, er war ein wenig geschockt. Und das nutzte ich aus. Packte sein Handgelenk, zog es unter meine Achselhöhle und bekam es gut zu fassen. Das Rasiermesser fiel zu Boden und ich ließ mich fallen und legte meine vollen 220 Pund auf diesen Arm. Ich hörte ein Reißen und er schrie auf und fiel hinter mir zu Boden. Ich rollte mich ab, hielt den Arm fest und er stieß einen dünnen Schrei aus. Das war schnell vorbei, als ich ihm sechsmal mit dem Ellbogen ins Gesicht schlug. Er wurde schlaff. Ich schaute zu Ripley. Ihr Gesicht war weiß und Blut strömte aus der Wunde. Makana schrie. Mama. Meine Mama ist verletzt. Ich zog mein Gürtel ab, um einen Druckverband anzulegen. Ruft jemand den Notruf, schrie ich, während ich mich neben Ripley kniete und den Gürtel um ihren Arm wickelte. Eine der Passantinnen war Krankenschwester und übernahm den Druckverband. Ziehen Sie Ihr Hemd aus, sagte sie. Hä? Fragte ich verwirrt. Ziehen Sie Ihr Hemd aus, sagte sie erneut und üben Sie Druck auf die Wunde aus. Ich tat, was sie sagte und bemerkte dann das viele Blut. Ich fragte mich, wie sie den Blutverlust überleben konnte. Sie muss meine Besorgnis gespürt haben. Keine Sorge, sagte sie, es sieht schlimmer aus, als es ist. Ich war mir nicht sicher, ob sie es ernst meinte oder nur versuchte mich zu beruhigen, aber ich hatte keine andere Wahl, als ihr zu glauben, die Alternative war zu schrecklich, um sie sich vorzustellen. Es schien ewig zu dauern, aber schließlich kamen die Sanitäter und brachten Ripley ins Krankenhaus. Makana und ich mussten ein paar Minuten warten, während die Polizei Conley abführte, und ich gab ihnen eine kurze Erklärung, in der ich versprach, auf die Wache zu kommen, sobald ich sicher war, dass es Ripley gut gehen würde. Als wir im Krankenhaus ankamen, wurde Ripley bereits operiert. Makana und ich gingen in den Warteaum und ich verbrachte die nächsten Minuten damit, sie zu beruhigen. Dann rief ich unsere Eltern an, damit sie ebenfalls herunterkommen konnten. Während ich auf unsere Eltern wartete, hatte ich Zeit, wirklich über unsere Beziehung nachzudenken, von unserer Trennung bis heute. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Ripley, die mich verlassen hatte, um sich selbst zu finden, sich vor einen Ehren werfen würde, der ein Rasiermesser schwingt. Hatte sie sich wirklich so sehr verändert? Ich hoffte es jedenfalls. Ich wollte Ripley und Makana in meinem Leben haben. Würde das bedeuten, dass ich Ripley wieder heiraten müsste? Das war eine Frage für einen anderen Tag. Meine Eltern und Ripleys Eltern trafen etwa zur gleichen Zeit ein. Glücklicherweise hatte ich mich frisch machen können und das Krankenhaus hatte mir einen Kittel gegeben. Makana rannte direkt zu ihren Großeltern und sie wechselten sich ab, sie auf der anderen Seite des Raums zu halten, während ich ihnen erzählte, was passiert war. Der Arzt kam mit guten Nachrichten heraus. Die Wunde war zwar tief und Ripley hatte viel Blut verloren, aber ansonsten war es nicht ernst und sie sollte sich vollständig erholen. Sie war im Aufwachraum noch bewusstlos, sollte aber bald in der Lage sein, eingeschränkten Besuch zu empfangen. Makana wollte ihre Mutter, aber sie war sehr müde. Meine Eltern wohnten näher, also nahmen sie sie mit nach Hause und Ripleys Eltern und ich setzten uns zu unserer nervösen Wache. Es dauerte nur ein paar Stunden, bis eine Krankenschwester herauskam. Gibt es hier einen Mr. Kain? fragte sie. Ich bin Kain, sagte ich, aber es ist nur Kain, das ist mein Vorname. Nun, Kain, Miss O'Keefe ist aufgewacht und fragt nach ihnen. Ich stand auf, um der Krankenschwester zu folgen, als ihre Eltern aufstanden, sagte die Krankenschwester. Die Patientin möchte im Moment nur Kain. Ihre Eltern waren nicht begeistert, aber sie kamen Ripleys Wünschen nach. Als ich in den Raum schaute, sah sie ganz blass aus, aber als ich hereinkam, hältte sich ihre Mine sofort auf. Oh, Kain, sagte sie, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich hab mir solche Sorgen um dich gemacht. Du hast dir Sorgen um mich gemacht? fragte ich verblüfft. Du hast diesen Schnitt an deinem Arm für mich erlitten. Ich hatte Angst, dich wieder zu verlieren. Kain, du wirst mich nur verlieren, wenn du wieder wegläufst. Ripley, ich werde nie wieder vor dir weglaufen. Ich liebe dich immer noch. Ich hab dich immer geliebt und nie aufgehört, dich zu lieben. Ich hab versucht aufzuhören, den Schmerz zu vergessen, aber es hat nicht funktioniert. Jetzt liebe ich dich mehr denn je. Ich will nur, dass du und Makana in meinem Leben seid. Kain, ich hoffe, dass du inzwischen verstanden hast, dass ich dich immer geliebt habe. Ich war nicht immer klug oder hab mich wie ein Erwachsener verhalten, aber ich hab dich immer geliebt. Alles, was ich hier wollte, war eine zweite Chance, um dir zu zeigen, wie sehr ich dich liebe. Ich werde nie wieder jemand anderen lieben oder dich verlassen. Ich beugte mich zu ihr und gab ihr einen sanften Kuss. Makana ist mit meinen Eltern nach Hause gefahren, aber deine sind hier und ich weiß, dass sie dich gerne sehen würden. Ich schicke sie rein, dann werde ich mich etwas ausruhen und Makana und meine Eltern morgen früh hereinbringen. Okay, Kain, versprich mir nur, dass du wiederkommst. Ich gab ihr einen weiteren Kuss, diesmal etwas fester. Darauf kannst du dich verlassen, Schatz, sagte ich mit einem Augenzwinkern. Ich ging zurück in den Warteraum, um ihren Eltern die Neuigkeiten zu überbringen. Ich rief meine Eltern an und ging dann nach Hause, um mich frisch zu machen und etwas auszuruhen. Ich stand früh auf, aß schnell etwas und ging zu meinen Eltern, um Makana abzuholen. Meine Eltern begleiteten uns ins Krankenhaus und wir hatten einen netten Besuch bei Ripley. Der Ausdruck purer Freude auf ihrem Gesicht, als sie Makana sah, war einfach umwerfend. Der kleine Engel rannte durch den Raum und warf sich ihrer Mutter in die Arme. Mama, ich hatte solche Angst, sagte Makana. Es tut mir leid, Baby, sagte Ripley. Mama wollte dir keine Angst machen. Schon gut, Oma und Opa haben dafür gesorgt, dass es mir besser geht. Ripley bedankte sich mit den Lippen bei meinen Eltern. Ripley musste noch einen Tag im Krankenhaus bleiben, also entschuldigte ich mich, um mich um etwas Geschäftliches zu kümmern. Ich ging zur Polizeiwache, aber es war nur eine Formalität. Dank der Sicherheitskameras im Einkaufszentrum und all der Zeugen hatten sie Conley eindeutig überführt und er würde für lange Zeit hinter Gitter gehen. Ich traf mich mit ihren Eltern, um meine Vorkehrungen zu treffen und verbrachte dann den Nachmittag mit Ripley, Makana und dem ständigen Besucherstrom. Als wir am nächsten Tag zum Krankenhaus fuhren, um Ripley abzuholen, wandte ich mich an Makana. Denk dran, Baby, das ist ein großes Geheimnis. Okay, ich machte eine Klippen zu Bewegung und Makana kicherte und machte es mir nach. Die Krankenschwestern brachten Ripley im Rollstuhl zum Auto und als ich ihr ins Auto half, konnte Makana nicht aufhören zu kichern. Okay, ihr zwei, sagte Ripley, was habt ihr vor? Makana kicherte nur und ich lächelte wie eines Finks. Ich hatte Ripley gesagt, dass sie während ihrer Genesung bei mir bleiben würde, sodass sie nicht überrascht war, als wir in meine Einfahrt fuhren. Als wir uns meiner Tür näherten, sagte Makana, mach die Augen zu, Mama. Sobald ich die Tür geschlossen hatte, sagte Makana ihr, sie solle die Augen öffnen. Ripley schnappte nach Luft und brach in Tränen aus, als sie unsere Eltern vor einem großen selbstgemachten Schild stehen sah. Willkommen zu Hause Ripley sah sich um und sah viele ihrer Sachen im Wohnzimmer verteilt und Makanas Handabdrücke auf dem Schild. Sie umarmte erst ihre Eltern und dann meine und ich sah, wie meine Mutter mit Tränen in den Augen flüsterte. Willkommen zu Hause Ich machte ein paar Burger und Hot Dogs auf dem Grill und nachdem wir gegessen hatten, gratulierten uns unsere Eltern zur Versöhnung und gingen. Makana wurde müde, also brachten wir sie ins Bett und da es ein besonderer Anlass war, ließen wir Atlas auf ihr Bett. Wir saßen im abgedunkelten Wohnzimmer, tranken unseren Wein und waren in Gedanken versunken. Ripley kuschelte sich an meine Schulter. Sag mir die Wahrheit. Ripley, sagte ich. Hast du jemals wirklich gedacht, dass wir wieder so weit kommen würden? Ehrlich gesagt, sagte sie, ich glaube in meinen kühnsten Träumen habe ich das getan. Aber realistisch gesehen. Ich nickte. Realistisch gesehen habe ich einfach gehofft, dass wir Freunde sein könnten, dass wir gut genug miteinander auskommen würden, um Makana gemeinsam zu erziehen. Alles andere ist nur das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Ich ließ mein Arm neben der Couch fallen. Nun sagte ich, ich habe zwar kein Sahnehäubchen, aber ich habe diese Dose Schlagsahne. Ich hob mein Arm und spritzte ihr etwas auf die Nase, leckte es ab und scheuchte sie dann ins Schlafzimmer. Sie muss noch schwach gewesen sein, denn ich fing sie gerade noch an der Tür ab. Ich nahm sie in meine Arme und trug sie den Rest des Weges. Unsere Lippen waren fest miteinander verbunden. Ich achtete darauf, ihren Arm nicht zu verletzen. Ich setzte sie auf ihre Füße am Fußende des Bettes und sie glitt in meine Arme. Unsere Lippen trafen sich, als wir uns gegenseitig verschlangen. Diese vollen, geschwollenen Lippen, an die ich mich so gut erinnerte und die meine Träume erfüllt hatten, seit ich sie zum ersten Mal gekostet hatte, waren alles, was sie versprachen, und noch mehr. Ich drückte sie an mich und ihre Arme schlangen sich um meinen Hals. Wir küssten uns minutenlang, unser Atem wurde schwer und kurz. Sie zog sich ein paar Zentimeter zurück und begann an meinem Hemd zu zerren, es über meinen Kopf zu ziehen und es in Richtung eines Stuhls zu werfen. Sie küsste sich ihren Weg nach unten, bis sie vor mir kniete, ihre Hände öffneten meinen Gürtel und schoben meine Jeans und Boxershorts auf den Boden. Ich war stocksteif, die Vorfreude war fast zu viel. Sie sah mich mit so auffälligen Augen an, ihre Lippen zu einem weichen roten Kreis geformt, während sie fest mit ihnen nach unten drückte. Allmählich öffneten sich ihre Lippen und glitten nach unten. Ich konnte fühlen, wie ihre Zunge spielerisch die empfindliche Stelle neckte. Ripley ich bin. Ich wurde fast ohnmächtig, als die Empfindungen meinen rationalen Verstand überwältigten. Es war unglaublich, am Ende zog ich sie zu mir, um sie zu küssen. Sie wusste aus Erfahrung, dass es mir nichts ausmachte, sie danach zu küssen. Nach einem so liebevollen Geschenk war es das Mindeste, was ich tun konnte. Gott, Baby, hauchte ich. Da hat es mir fast das Herz gestoppt. Warte nur ab. Es kommt noch viel mehr, mürmelte sie. Ich zog sie aus und schwelgte in der weichen Festigkeit ihrer spektakulären Kurven und Rundungen. Ich stand auf, hob sie hoch und trug sie zur Seite des Bettes. Ich legte sie sanft auf die Bettlaken und ihr Haar umgab sie wie ein Heiligenschein. Nicht bewegen, sagte ich zu ihr. Ich ging ins Badezimmer und fand etwas duftendes Massageöl. Perfekt. Ich ging zurück zur Tür und stand dort und bewunderte die Perfektion, die Ripley war. Ihr Gesicht war von mir abgewandt und ihre Augen waren geschlossen. Sie sah aus wie eine Feuergöttin. Ripley, rief ich leise. Ich musste diese Augen sehen. Ich sah, wie sie sich öffnete und ihr Kopf sich langsam und roboterhaft zu mir drehte. Gott, Ripley, hauchte ich. Sie raubte mir mit ihrer Schönheit den Atem. Es gibt keine Ripley, nur zu ill, sagte sie mit einem leisen, dämonischen Knurren. Ich stand eine Sekunde lang da, während sie mich ansah, dann brachen wir beide in hysterisches Gelächter aus. Ich rannte auf sie zu und stürzte mich auf sie. Sie zuckte zusammen und ich war sofort zerknirscht. Es tut mir leid, Baby, habe ich deinen Arm verletzt. Ich legte meine Nase an ihre. Ich schaute ihr tief in die Augen und wir brachen beide wieder in Gelächter aus. Gott, wie hatte ich diese Frau vermisst, diese absurde, lustige, brillante und schöne Frau. Entspann dich, meine Schöne, sagte ich, als ich widersprechen konnte. Ich werde dir den Tag versüßen. Das hast du bereits, sagte sie. Ich bin zu Hause kein. Das war mein Jahrzehnt. Meins auch, sagte ich und drehte sie auf den Bauch. Ich goss Öl über sie, beruhigte und knetete die stählerne Weichheit. Epilog. Marley krabbelte so schnell über den Boden, wie es ihr elf Monate altes Krabbelalter zuließ. Ja, wir haben eine Vorliebe für Mädchennamen mit M. Atlas rollte mit den Augen und sah sie kommen. Er schnaubte ein wenig, bewegte aber nichts außer seinen Augen. Sie krabbelte auf ihn zu und legte beide Hände auf seinen Bauch. Ein Fuß kam hoch und wedelte schwach in der Luft, wobei sie darauf achtete, nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen. Sie richtete sich langsam auf und benutzte ihn als Stütze, bis sie stand. Einen Moment lang schwankte sie unsicher und ließ sich dann mit einem kleinen Quietchen auf ihre Windel fallen. Mekana kicherte, während sie sich an meine Seite kuschelte. Wir lasen ein Buch. Sie ist albern, Daddy, sagte sie und schaute mit diesen unglaublich großen blauen Augen zu mir auf. Die Tür öffnete sich und sie stand da im Gegenlicht der untergehenden Sonne. Sie war wunderschön. Sie trug einen engen Rock und ein Oberteil, das all ihre Vorzüge zur Geltung brachte. Und sie hatte viele Vorzüge. Sie war wunderschön. ein Rock und auf